Für einmal fühle ich mich gar nicht so gut im Feel-Good-Podcast. Heisst der Feel-Good-Podcast wirklich? Ja, der heisst so. Oh mein Gott. Und schuld bist du, weil du gefunden hast, wir machen am 9 Uhr am Morgen das Ding. Und entsprechend musste ich am 7 Uhr aufstehen, von Basel auf Zürich fahren. Noch ein bisschen Morgen-Pandler-Verkehr. Lass uns über unsere Träume reden. Was hast du träumt? Ich müsste jetzt einfach überlegen. Ich habe eigentlich gar nicht so viel träumt. Meine Freundin hat sehr unruhig geschlafen. Ich glaube die hat nicht so viel träumt. Sie hat ein paar Mal aufgestanden. Ich habe gar nicht wirklich geschlafen diese Nacht. Wieso schläfst du nicht? Ja, ich war irgendwie Betrüber gewesen. Kennst du das? Was bist du? Betrübt? Betrüber. Wenn man mal müde ist. Aha. Und wenn man dann den Moment verpasst zum Einschlafen. Dann kann es gerade wieder 3 Stunden dauern. Ah ok. Ja gut. Und eben auch, weil es ist nicht mehr Zeit. Ich habe es gemerkt, als ich aufgestanden bin, habe ich gemerkt, es ist sogar noch dunkel. Und ich weiss nicht, wann ich das letztes Mal aufstehen musste. Wahrscheinlich von der Kleid war, wenn du schon Weihnachten sahst. Heute ist Weihnachten, es ist noch dunkel. Wann stehst du normalerweise auf? Ja, also wie gesagt, immer die gleiche Leir, aber mit Kindern... Logisch. Ich kenne es gar nicht mehr anders. Also die müssen halt um 8 Uhr in der Schule sein. Das heisst, man muss schon um 5 Uhr oder 8 Uhr aufstehen. Dass man sich auch rausrühren. Nein, ähm... Ja du weisst, ich bin natürlich im Gegensatz zu dir berufstätig. Ich habe Jobs, ich habe Aufträge, ich habe Auftritte. Ich muss das planen. Ich habe eine gut gefüllte Agenda. Und sobald... Das ist auch sobald die Kinder in der Schule... Die meisten Leute, die frei arbeiten sind wie mir, die wollen dann um 10 Uhr, 11 Uhr abmachen. Das ist für mich völlig dumm. Da habe ich so tote Zeiten. Also bei mir ist wirklich um 8 Uhr die Kinder aus dem Haus. Und dann kann man auch gleich anlassen. Mhm. Und dann habe ich nämlich um 11 Uhr schon wieder frei, wenn ich es mega schlau mache. Genau. Und dann kommen die Kinder zurück und dann... Dann kommen die Kinder zurück und schon wieder am Mittag. Und da habe ich auch etwas von meinen Kindern mitbekommen. Und ich bin ein ausgezeichneter Koch. Not. Dann muss ich um 12 Uhr schon wieder bereit sein, weil dann muss die Fütterung stattfinden. Und heute ist kein Mittagshort. Das heisst, heute ist wirklich der Tag. Aha, heute ist genau so. Der Punkt ist wirklich... Der Punkt ist, dass wir gestern... Das ist Zürich ein grosses Thema. Wenn es in Zürich ein grosses Thema gibt, damit du mit jedem reden kannst, der in Zürich lebt, ist es ja Wohnungen. Ja. Wo, wo Wohnungen? Ja. Und ähm... Wir haben gestern eine fantastische Wohnung ansehen, die wir auch tatsächlich haben könnten. Unglaublich. Und... Ich wusste gar nicht, dass das Ziel ist, umzuziehen. Unbedingt. Okay. Wir geben Kinder. Sie werden. Man glaubt es nicht. Sie werden grösser. Und sammeln unverschämterweise auch Sachen an. Die ganze Zeit. Wie du und ich. Und ähm... Man muss dann irgendwann mal eine grössere Wohnung haben. Und gestern haben wir eine ganz tolle Wohnung angeboten. Und dementsprechend ist die Nacht... ein wenig unruhig gewesen. Wie gesagt, bei äh... bei äh... meiner Freundin. Weil äh... da einem natürlich... Mit Kindern... Man muss wahnsinnig viel aufgeben. Man muss Schule wechseln. Freundliche Reise aufgeben. Und das überlebt man sich dann doch zwei, drei oder vier Mal. Aber es war schon eine Wohnung in Zürich. Ja, es war schon eine Wohnung in Zürich. Aber halt in einem anderen Kreis. Und anderen Schulkreisen. Du bist gleich ganz anders gebunden. Du bist der erste Gast in diesem Podcast, der Kinder hat. Und äh... Wo es zu etwas gebracht hat. Das geht ja immer Hand in Hand. Genau. Also wenn man vor Dominik wüsst, du hast es geschafft alles. Dann sag ich immer Kinder bekommen. Dann fährst du dich einfach fokussieren. Dann geht es ernst. Dann machst du einfach keinen Scheissdreck mehr. Ich wollte gerade sagen, dann können sich ihre Prioritäten schon verschieben. Und lustigerweise passiert dann aber auch beruflich meistens mehr. Weil man fokussierter... Man merkt dann erst, wo das Herz liegt. Mhm. Weil du kannst nicht mehr... Ohne Kinder kannst du dich... Das machst du auch. Du kannst dich bewegen, wo du willst. Du kannst mal da abmachen, mal dort. Und mit Kindern... Du lebst dann nur noch in Zeitfenster. Du lebst nicht mehr in die Tage. Und die musst du perfekt füllen. Wie ich gerade gesagt habe, die Kinder um 8 Uhr aus dem Haus. Sind sie im Hort oder im Kindergarten oder in der Schule jetzt in meinem Fall. Und dann weisst du, ich habe jetzt drei Stunden. Also mein erstes Programm, da zu mal den Kinderschreck, kann ich wirklich... Mit dem habe ich nur so Zeit aufgefüllt, während meine Kinder mal irgendwo weg sind oder schlafen. Zum Teil. Die Kinder schlafen dann halt zwei Stunden mal, wenn sie noch kleiner sind am Morgen. Ich wusste, ich habe jetzt zwei Stunden Zeit und muss jetzt etwas machen. Und dann habe ich einfach den Tag lang nicht mehr Zeit. Und von dem her fokussiert man sich da ganz, schon ganz stark. Und wenn einem wirklich etwas wichtig ist... Wie in meinem Fall war es jetzt Bündnis. Und ich habe wirklich eigentlich nur so, wenn ich es so nebenher gemacht habe vorher. Oder auch noch gemacht habe, zwischen allen Sachen. Und wenn sich dann die Bündnis so rausgerisst und sie sagt, das will ich jetzt machen. Dann legst du auch alles drauf und weisst, hey, jetzt muss es klappen. Jetzt oder nie. Und bei mir hat es glücklicherweise geklappt. Also, wenn man es schaffen möchte, irgendwo Kinder zu bekommen. Und dann merkt man dann auch, ist es mir das auch zu wert? Ist es mir dann auch wirklich wert, dass ich da etwas investieren möchte? Und dass ich da Energie und auch Risiko? Das ist auch Risiko. Weil irgendeine Kinder heisst ja dann auch, irgendwie mal Geld generieren. Ein bisschen. Nicht nur für mich. Nicht nur für mein Wegezimmer, das 800 Franken kostet. Sondern vielleicht auch noch mehr. Bis zur Volljährigkeit, glaube ich, Viertelmillion mindestens. Genau. Und zum Beispiel, ich weiss von mir, ich habe meine Eltern, äh, meine Eltern erst Probleme gemacht, ab 23. Also, ich habe meine Eltern eigentlich erst nötig gehabt. Ab 23 ist dann so losgegangen, wie gesagt. Wieso hast du denn deine Eltern Probleme gemacht? Ja, also dann sind halt die ganzen, meine ganzen Bühnenunfälle gekommen und meine Auswanderungsglüsse und mit nichts wieder zurückgekommen. Bist du dann auf Berlin? Oder was? Ja, irgendwie mit 20, mit 1, 2, 20, wie ich in Berlin genau. Und dann, dort ist halt alles in die Hosen gegangen und dann bin ich wirklich zurückgekommen in 25 und bin völlig abgebrennt gewesen. Ja, wirklich. Ich habe dort auch meine Bühnenunfälle gehabt und schwer verletzt bei meinen Eltern gewohnt. Mein Vater musste mich abduschen, weil ich nicht habe mich bewegen können. Ich war quasi wirklich halb gelähmt gewesen. Also es war eine sehr intensive Zeit. Und deswegen lehre ich daraus. Also Kinder haben einen erst nötig, wenn man glaube das Gefühl hat, jetzt haben sie auch nicht mehr nötig. Bei mir ist es so gesehen. Du hast jetzt ein Paradebeispiel gemacht. Einen von den Gründen, warum ich dich so liebe. Wie du einfach so casually nebenbei erwähnst, dass du Bühnenunfälle gehabt hast. Ich weiss noch, wir sind einmal ins Volkshaus Zürich, gerade um eine Ecke. Und was war es? Marco Rima. Marco Rima. Und du bist so ein Mensch. Dann sitz ich im Publikum, wir sitzen zusammen und dann schaust du mal so herum und sagst, von diesem Balkon bin ich auch mal runtergekommen. Ja, das ist so. So lange habe ich an meinen Bühnen ausgesucht, wo kann ich runtergekommen, wo kann ich die Leute runtergekommen. Ist speziell. Das ist ja schade, dass man das bei dir im Balz nicht machen kann. Wobei ich dort die Bar musste. Ich bin ja schon ab den Baren die Leute runtergekommen. Ich wollte gerade sagen, Balz ist halt ein sehr tiefer Decki-Club. Darum wollte ich ihn auch als Comedy-Club machen. Weil ich fand, das passt. Aber ja, du hast natürlich keine tiefe zum Abendgumpen. Ja, aber das war natürlich schon. Das war immer Teil von meinem Konzept. Wie bleibt man den Leuten in Erinnerung, indem man ihnen auf den Kopf runtergumpt? Das vergessen sie nie. Es kommen auch immer wieder Leute, die mir Fotos zeigen von ihren Bläsuren, wo sie sich selber abfotografiert haben nach einem Auftritt von mir, weil ich auf ihren Kopf runtergekumpelt bin. Oder ein Stuhl ins Publikum geschmissen habe. Oder Kisten. Kisten. Das hast du auch mal gemacht. Dort hat auch jemand etwas abbekommen. Dort hat eine ältere Dame eine Gesichtsverletzung gehabt. Und ein bisschen blutet unter dem Auge. Ja. Aber siehst du, auch im Alter sind Narben doch immer noch etwas Schönes. Zu jeder Narbe gehört meistens auch eine gute Geschichte. Die Geschichte, die ja schon öfters erzählt worden ist, ist von deinem Kette-Sagen-Unfall. Über den rede ich auch nicht mehr so gern, weiss ich. Ich habe das Gefühl, das ist schon überall durch. Aber ich bin immer wieder staunt. Ich habe auch das Gefühl, da kommen wir zum nächsten Thema, dass mich schon alle kennen. Dein Kopf ins Fernsehen, das kennst du auch. Wenn du dein Kopf ins Fernsehen streckst, dreimal, zweimal Glanz und Gloria sieht, dann hat man schon das Gefühl, die ganze Schweiz kennt man. Und du kannst jetzt nicht mehr die gleichen Geschichten oder Jokes irgendwo in ein Mikrofon erzählen, weil das schon alle gehört haben. Aber nein, dem ist wirklich nicht so. Im Gegenteil. Ich muss auch, obwohl wir jetzt mit Deville schon über 60 Gesendungen aufgezeichnet haben, immer noch tagtäglich erklären, wer ich bin und was ich mache. Und dann komme ich mir in die Schulter, entschuldige, ich schaue halt keinen Fernseher. Aber wenn ich sage, ich bin der, der dir mal auf den Kopf gekumpelt war vor sieben Jahren, dann sage ich, ah ja, stimmt, das ist klar. Das versteht man wieder. Aber deine, die du nebenbei erwähnt hast, Bühnenunfälle in Berlin, das war, dort hast du noch kein Fernseher gemacht. Und das war, wie der Punkmusiker war. Ja, also. Hauptsächlich. Das Fernseher hat dort noch nicht stattgefunden. Das war zu einer Zeit, in der das Fernseher noch umgegeben hat, das Internet sowieso. Und wo dir auch als Fernseher gehasst haben wahrscheinlich, oder? Ja. Also gut, das ist natürlich die grosse Zeit, man darf nicht vergessen, das war dann auch die grosse Zeit von Jackass und so weiter. 99, 2000, so viel Zeit. Wo man auf einmal gemerkt hat, also ich habe das natürlich von meiner Punk-Sache schon gekannt, die Sachen, aber man hat das natürlich nicht aufgezeichnet, man hat ja keine Handys gehabt, also etwas auf Film aufgezeichnet, das war halt nur eine grosse Sache. Man musste eine grosse Kamera mit schleppen und mit Videokassetten, man musste sie rein stossen und so weiter. Und dann hatte man eine Videokassette, aber keine Videorekorde zuhause, oder was auch immer. Es ist noch etwas anders da zu machen, aber es klingt jetzt schon wieder wie ein alter Grosspapier vom Krieg erzählt. Aber du bist eben Anfang 20 auf Berlin ohne bestimmtes Ziel? Nein. Also wirklich kein Ziel gehabt. Es ist eher umgekehrt, also relativ in der Schweiz sehr gefestigt, in einer gefestigten Struktur, durch meinen Beruf als Kindergartenlehrperson. Und dann drei Jahre irgendwo 100% gearbeitet habe, in einem Vorort von Luzern. Und dann so gedacht habe ich, jetzt habe ich eigentlich alles erreicht mit 23, beruflich. Also was soll denn jetzt noch passieren? Ich habe eine feste Kindergartenstelle, es läuft gut. Und habe Lust gehabt, wieder mal alles reinzurühren. Und weil ich halb ein Deutscher bin, und den Pass gehabt habe, und die Möglichkeit hatte, bin ich dann wirklich alles losgefallen. Und habe den Kindergarten wirklich so gelassen, habe mich abgemeldet für ein Jahr, habe gesagt, ich gehe ein Jahr, komme noch mit einem Jahr wieder. Und bin einfach nicht mehr zurückgekommen. Also habe ich dann komplett eingerichtete Kindergarten, und habe dann auch mit meinen persönlichen Sachen einfach alles so gelassen, wie es ist. Und bin nicht mehr zurückgekommen. Das ist mir auch erst wieder im Nachhinein bewusst, als ich Kinder bekommen habe. Und dann habe ich quasi mein ganzes Kinderzimmer in den Kindergarten gezögelt. Also alle meine Spiele, mit denen ich gespielt habe, meine ganzen Lego, Bläber wie Piratenschiffe, Bilderbücher, Kassettchen, alles. Wirklich in den Kindergarten geschoppt. Und als ich selber Kinder bekommen habe, hätte ich gerne, dass meine Kinder weitergeben, dass ich auch irgendetwas habe, und dann habe ich gemerkt, es ist alles nicht mehr. Ich bin dann auch wirklich in den Kindergarten noch einmal ganz verschämt zurück. Ah wirklich? Verschämt. Verschämt. Wirklich noch einmal zurück. Also wirklich zehn Jahre später zurück. Und habe gesagt, hey. Oder ich habe das Gefühl gehabt, da gibt es irgendwo ein paar Sachen von mir. Und der Kindergarten ist unterdessen aufgelöst worden. Also es hat alles weggeschmissen. Und das sind wirklich ganz tolle Sachen. Auch meine Eltern, die alles selber gebaut und gebastelt haben. Das Piratenschiff hat mir dann nicht das Playmobil Piratenschiff gekauft. Sondern der Vater hat zwei riesige, sensationelle Holz für Playmobil Männchen aus Holz gebaut. Playmobil Burgen hat es nicht gegeben, sondern meine Mutter hat sie aus Ton gebrannt. Also so riesige Burgen, die man so selber zusammenbauen konnte. Fantastisch. Alles weg. Nein, ein Piratenschiff ist dann, ein Kindergarten hat Kontakt aufgenommen, der mir den Kindergarten gegeben hat. Und die hat auch Kindergarten gegeben. Und hat dann aber, hat auch Kinder bekommen, und hat eins von diesen Piratenschiffen wirklich abgezogen. Ah wirklich? Und hat das ihren Kindern gegeben. Und die hat das noch gehabt. Und mit dem konnten meine Kinder noch spielen. Wunderschön, wie das weiter ist. Von Vater zu Sohn, von Sohn zu seinen Kindern. Fantastisch. Also, ein Stück ist übrig gegeben. Genau, das Piratenschiff, richtig. Und dann, hast du noch einmal, als Kindergartenlehrperson gearbeitet? Ich habe in Berlin, einen Tag lang, als Tonlehrer gearbeitet für Kindergartenkinder. Ich hatte noch Tonlehrerdiplom auf der Grundstufe. Und das ist dann irgendeine Frage, ich habe dort auch schwarz gearbeitet. Also ich habe ziemlich sicher schwarz gearbeitet, als bei Bar ausgezahlt wurde, nach der Turnstunde, das weiss ich noch, von den Kindergärtnern, weil sie keine Lust hatte Tonlehrer angestellt. Ah, einfach so, ich gebe es ab. Genau. Und, ja, aber dann, nach meinem Umfeld, dann bin ich dann zurückgekommen, habe dann Stellvertretungen gemacht. Und, als dann meine Kinder kamen und ich auf Zürich zügelt bin, habe ich dann wirklich wieder irgendwie, was ist das gewesen, also drei Tage in der Woche in Schlierer in den Kindergarten gegeben, einfach, um wieder so ein finanzielles Setting einzubringen. Weil vorher habe ich wirklich von der Hand in den Mund gelebt. und ich habe halt irgendwie mein Wegezimmer von 800 Franken gekriegt, die ich finanzieren muss, den Rest habe mich total nicht interessiert. Sag ganz kurz, was war der Unfall in Berlin? Damit eben, die Menschen, die es nicht wissen. Ja, ein Klassiker, also eben, was machst du in Berlin, wenn du nichts hast und einfach nichts kannst, du grünstst auf eine Punkband oder so, habe ich das gelernt und das habe ich gemacht. Und bei meinem Auftritt, ganz klassisch, bin ich in die Leute reingekumpelt und es sind ganz wenige Leute rumegesehen, im Publikum. Meine Band war noch nicht so bekannt und die paar sind dann auf die Seite und ich bin wirklich relativ hoch, ganz dumm aufs Gesicht, auf einem ganz harten Boden und habe so alles gebrochen, was nur mehr geht. Deshalb habe ich jetzt so schönes Gesicht, ich habe vorher echt einen hässlichen Typ und das ist alles mit Chirurgie. Käfer, Zehen, Zehen, das Knie, ganz schlimm, die Physiotherapie mit meinem Knie, weil jetzt das meldet sich langsam, Mitte 40. Und ja, wir haben ja auch eine tolle Videoaufnahme hier machen wir jetzt von dem Talk, von dem Podcast und da kann man es sehen, also wenn man richtig sieht, sieht man, dass ich einfach komplett operiert bin. Ja, also das ist so. Das ist so einer von den klassischen grossen Bühnenunfällen die ich hatte. So klassisch Slapstick, Stagedive und total dumm. Also wie man es heute auf den Youtube-Videos schauen kann, stagedive, fail und dann sieht man das. Das ist aber nicht das, wo du mit dem Fuss in einem Kabel hängen geblieben bist. Doch das war das. Das kommt noch dazu, dass du dann noch falsch ausbreitet, dass ich das Gefühl hatte, ich könnte ein Rückwärtssalto von einem Boxerturm oben ab. Es gibt auch wirklich tatsächlich noch eine Videoaufnahme von dem. Allerdings auf VHS-Kansetten. Und du hast eben kein VHS-Rekorder? Ja, nein, ich konnte es tatsächlich mir nie ansehen. Ich wollte es nie selber sehen. Aber der Auftritt wurde von irgendjemandem zugegeben. Und als ich dann wieder zögelt bin, in der Schweiz, habe ich die dann weggeschmissen. Alle meine Kollegen haben sich geschaut, diese Aufnahme. Aber ich selber habe das nicht übers Herz gebracht. Es war schon ultraherzig. Rückwärtssalto gemacht, das Mikrofon in der Hand hatte. Und beim Überschlag mit dem Fuss im Kabel hängen, bleibe nicht ganz rumkommen. und den Kopf voran im Boden hinein. Ungespritzt. Ja. Aber das Video wäre eigentlich zum Beispiel, wenn es dann mal die letzte Sendung Deville gibt beim SRF. Ja. Mit dem Abspann oder so. Das wäre es noch gewesen, oder? Geheim. Wenn es auf DVD rauskommt, die alle Sendungen wie der Bestatter, die ganz fette Boxen rauskommt, gibt es dann als Bonusmaterial die schönsten Elemente der Prä-Deville-Zeit. Und dann bist du eben zurück und wir haben es jetzt gerade davon gehabt, so ein bisschen noch in Schlieren als Kindergarten-Lehrperson geschafft. Und das ist ja das Hauptfutter für das erste Programm, das du vorhin schon kurz erwähnt hast. Genau. Kinderschreck. Und das hast du wirklich nebenbei, wenn die Kinder mal schnell geschlafen haben. Das kann ich mir noch erwähnen. Aber das ist wahrscheinlich bei deinem Programm nicht so gewesen. Ich weiss es nicht. Also ich finde, das erste Programm ist doch eindeutig immer das einfachste. Bei meinem ersten ist es nebst Radio und was weiss ich, also gesehen, zwei Stunden frei, ich halte keine Kinder, sondern dort auf den Jobs gehen. Aber dann auch auf der Bühne. Das erste Programm ist ja all das, wo dich bis, weiss nicht, wann hast du unser erstes Programm gemacht? 25. Also, ich habe mein erstes Programm mit, 35, 10 Jahre später gemacht. Also, wo ich so wirklich zwei Stunden lang auf der Bühne geredet habe. Und dort ist natürlich alles reingeflossen, was mich die letzten 35 Jahre ausgemacht hat. Und dann ist es aber auch ausverzählt gewesen, die ersten 35 Jahre. Und dann solltest du zwei Jahre später ein neues Programm machen und hast aber nur noch zwei Jahre Erfahrung zu fügen, die du rausschöpfen kannst. Deswegen finde ich es immer, zuerst habe ich eindeutig am einfachsten gefunden. Ja, also, für mich nicht. Du erlebst einfach so viel in deinem Leben. Nein, das ist wirklich, ich könnte jetzt einfach ein zweites Programm, also nein, ich habe jetzt ein zweites Programm gemacht, aber ich könnte jetzt ein drittes, gut, das habe ich auch gemacht mit dem Buch, ein viertes Programm. Ich könnte jetzt, wie alle Comedians, etwas über meine Kinder machen. Also, ich könnte jetzt drei Millionen Stories über meine Kinder. Aber das interessiert mich irgendwie nicht. Ja, ist ja nicht so spannend. Also, das öffentlich zu erzählen. Und ich weiss auch, dass meine Kinder relativ empfindlich sind, wenn ich irgendwelche lustige Stories über sie erzähle. Was ich auch schon gemacht habe, schon in der Sendung. Und meine Kinder, sie sind jetzt neun und siebne, schauen hier wieder die Sendung und ich baue irgendwie etwas ein. Oder erwähne, da sind wir im Nebensatz und sie wissen nichts von der Sendung oder verstehen nicht, aber das geht ihnen extrem nahe. Ja. Und da werde ich dann auch ausgefragt, warum hast du das erzählt und ist das wirklich so gewesen? Und muss man ein bisschen aufpassen. Ah, das wollen sie ja nicht, sozusagen. Also, wenn ich jetzt gerade gesehen habe, was der Zuccolini in seinem letzten Programm über seine Kinder, wo er quasi seine Kinder ein ganz grosser Part drin sind. Das ist ein grossartiges Bit, wo er es davon hat, dass er eigentlich nur am Bankomaten zeichnet wird. Genau. Und wie seine Kinder reden zu Hause und so weiter. Oder auch der, wie heisst er, den Benz Friedli. Ja. Finde ich noch speziell. Also entweder ist alles gelogen und er stunken und er nimmt einfach andere Kindergeschichten von anderen Paaren. Aber ich hätte die Probleme, glaube ich, das so auszubreiten. Ja. Das ist ja faszinierend gewesen. Zum Beispiel Louis C.K., wo er früher einfach irgendwelche Jokes gemacht hat und dann hat er einfach erzählen, wie es ist, seinen Kindern das Foto zu putzen und all diese Dinge, wo dann auch irgendwann fragst du, irgendwann sind die 14 und gehen in eine Schule. Ja. Gut, sie wachsen irgendwie damit auf. Trotzdem benutzt du ja eigentlich auch nicht Individuen, die nicht darüber sprechen können. Ich glaube, wenn du über deine Teenage-Kinder redest, wie das der Benz Friedli zum Beispiel macht und du sie ja immer hier vorhin fragen kannst, hey, ist er euch das egal, wenn ich das auf der Bühne erzähle? Ja, ich weiss nicht. Vielleicht siehst du auch den Kindergärtner durch. Ich sehe halt, was dann aus diesen Kindern später wird, wenn ihr Babyleben irgendwie von Millionen von Leuten ausgebreitet wird. Das finde ich zum Teil noch kritisch, wenn du siehst, wie viele Baby-Videos und Bilder und was weiss ich mittlerweile in die Internetsphäre geschickt werden. Das wird etwas ausmachen auf jeden Fall. In 20 Jahren hast du dann in einem Bewerbungsgespräch und es ist einfach alles von dir schon dokumentiert. Du bist irgendwie 20 und gehst zu deinem allerersten Bewerbungsgespräch und ich sage also, mit fünf Monaten hast du mal auf diesem Topf das gemacht und dann bist du dann. Ja, und da bist du nackt mit der Mädchen im Garten. Ja? Ja, das wird eine spannende Welle sein, was da passiert. Aber ja komm, in zwei Jahren wird sowieso das gesamte Internet gelöscht, habe ich das Gefühl. Reboot. Oder es ist einfach langsam vorbei, glaube ich, das Internet. Ich glaube, es kommt, wie siehst du, Podcast, oder? Es kommt ja wieder alle so gesprochene Podcast-Kassettchen wäre meine Idee. Pod-Kassettchen? Also man tut es nicht ausstrahlen, sondern man kann einfach dann das Kassettchen bestellen. Mit dem... Ich glaube, das wäre eine gute Sache. Also ich bin extrem froh, dass ich noch in einer analogen Zeit kurz aufgewachsen bin. Ja, aber trotzdem. Es war nicht Diskussion, dass du mit sechs schon das erste Handy bekommst. Das hätte es noch nicht gegeben. Ja, ja. Diese Diskussion weiss ja nicht, ob die stattfindet. Nein, aber ich habe tatsächlich noch die Hitparade bei François Mürner mit dem Kassettchen aufgenommen. Jetzt künstest du wie ein alter Mann, wovon ich erzählt. Ja, aber es ist tatsächlich so. Es ist tatsächlich so. Es ist so. Es wird eine spannende Zeit für alle. Für dich noch mehr, wenn du mal solche Kinder gut bewahren musst. Aber falls du mal solche Kinder bekommst, wird es für dich noch viel spannenderer als für mich. Meine sind ja schon. Mein Sohn geht schon in Programmierkurse und so weiter. Hey, mein Sohn. Wenn du sagst, das erste Programm ist das Einfachste. Ist es auch einfach gewesen, mit dem dann auf die Bühne zu gehen oder ist vor allem der Schreibprozess das Einfache gewesen? Es ist ganz organisch eigentlich. Ich bin sonst selten allein, ich habe zwar Moderationen gemacht, aber ich bin selten auf der Bühne irgendetwas machen. Da sind wir in irgendwelchen Gruppierungen gemacht, oder Bands und so weiter. Ich habe aber eigentlich schon immer ein bisschen bremst gefühlt von den anderen. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich möchte noch etwas weiter gehen und ich brauche noch etwas mehr Platz eigentlich. Ich habe nicht genau gewusst, mit was ich den Platz fülle, oder ich habe das Gefühl gehabt, dass ich vielleicht nicht länger mit dem Platz. Und dann ist das Ganze organisch gekommen. Und dann ist halt meine Agentur auf mich zugekommen. Ich habe gesagt, mach doch mal ein eigenes Solo-Programm. Und dann, ja klar, mache ich. Und dann haben sie noch gesagt, ja mit dem tust du jetzt drei Jahre. Und dann habe ich auch gesagt, was drei Jahre? In einem halben Jahr will ich mit einem neuen Programm? Ich kann doch jetzt nicht auch drei Jahre die gleichen Geschichten erzählen. Aber es geht. Und es wird definitiv auch immer besser, habe ich das Gefühl. Also wenn du mit einem Programm hast du eine andere Erfahrung, du willst jedes Jahr ein neues Programm machen. Ich finde es spannend, wie sich das Programm entwickelt in zwei, drei Jahren. Und wie das zum Teil ganz etwas anderes wird, als es am Anfang war. Ich habe es ziemlich auf den Schluss gesehen. Und ich habe live etwas vom Geilsten gefunden, das ich jemals gesehen habe. Das freut mich natürlich. Weil es ist um deine Zeit als Kindergartenlehrperson gegangen. Aber eigentlich hat sich dann mit der Zeit eben, das ist eine klare Entwicklung gesehen, die man gespürt hat, ist es um die vier Kindertypen gegangen, wo du gesagt hast, anhand von denen kann man eigentlich alle Kinder unterscheiden. Es gibt diesen Typen, es gibt diesen, es gibt diesen. Und wie die dann konstant in die Programme sich eingemischt haben, das ist etwas, wo du nicht nach einem Monat aufgetreten. Das hat mich auch gefreut, weil du gesagt hast, du hättest in deinem Wienerli Promi, wo du gesagt hast, du weisst noch, bist du zu mir gekommen, und hast gesagt, du hättest so etwas davon, du hättest einfach so Typen einbauen. Und hast gesagt, dass sie so ein bisschen inspiriert wurden. Absolut. Aber wie gesagt, ich habe halt keinen Vergleich, ich schaue ja quasi nichts. Also, dass ich dieses neue Programm Feel Good Comedian bin zu schauen. Schön abgelesen. Was ich wirklich auch empfehlen kann. Geht das zu schauen, aber geht ja sowieso, wenn ihr den Podcast hört. Ich gehe sehr wenige Sachen zu schauen, und wenn, wirklich nur aus beruflichem Interesse, weil Leute zu mir ihre Zendung wenden, oder vielleicht Leute eventuell die Zendung einladen, und mir wichtig ist, dass ich immer auch das Programm mal sehe, wie die sich bewegen, weil wir da schon einige Enttäuschungen schon erlebt haben, in der Sendung, wie auch die Zuseherinnen und Zuseher, ich weiss, gehe ich selten einfach so schauen, und gerade noch in die Städte, bei dir ist es mir wichtig mal schauen, wie es in Basel so abgeht. Das letzte Mal ist in Zürich zu schauen. Genau. Ja. Weil es gerade vor der Haustür war. Das macht ja noch sehr. Aber dass ich wirklich jemandem hinten nachher reisse, sondern sehr selten. Ich schätze das ja wahnsinnig. So, genug geknuddelt, jetzt gehen wir einmal zu härten. Was willst du wissen? Wegen dem zweiten Programm? Ah! Also wir machen jetzt schöne Bühnengespräche. Ja, nur kurz, mir interessiert so Zeugs halt. Und zwar, weil du gesagt hast, es braucht eine Zeit, bis sich das entwickelt. Ich glaube, du bist auch ein Spezialfall in dem noch, weil, sind wir ehrlich, zwei Wochen vor der Premiere vom zweiten Programm ist jetzt noch nicht von A bis Z ein fix fertiger Programm gestanden. Nein, es ist also wirklich auch zwei Monate nach der Premiere ist eigentlich das Programm noch nicht wirklich gekommen, weil ich ganz ehrlich bin, in dem zweiten Programm. Ich finde das ja auch spannend, dass die neue Generation von Bühnenkünstlern, Stand-Uper, Comedians, gut, ich will jetzt nicht mehr zu der neuen Generation zählen, aber gleich zwischen Stand-Uper mit einer relativ jungen in der Schweiz noch jungen Darstellungsform. Eigentlich mache ich es auch erst seit sechs Jahren. Wie wird das professionell, wie das professionell angegangen wird. Wie nicht professionell, wie da alles geplant wird und man weiss genau, so viele Tryouts und eben, wann bringt man den Merch in die Spiele und solche Sachen. Und bei mir ist halt wirklich, ich habe einfach immer gemacht, als wenn jemand gesagt hat, stehe auf der Bühne, dann bin ich halt auf der Bühne gestanden und habe gemacht. Und wo die Agentur gesagt hat, hey, jetzt ein zweites Programm und ich war eigentlich mit dem Ersten noch völlig am Programm gedauert. Und zum Teil ja auch noch mit beiden Programmen gedauert. Es hätte wirklich gegeben, dass ich in einer Woche mit dem Alten auftreten bin, am Freitag und am Samstag mit dem neuen Programm. Das könnte ich nie. Also ich könnte es schon, aber ich würde es nicht wählen. Ich würde es auch nicht machen. Und es ist auch ein Riesenfehler gewesen. Es ist auch ein Riesenfehler gewesen. Also wirklich, ich wollte man an dieser Stelle nochmal ganz öffentlich entschuldigen für alle die, die die ersten 15 Vorstellungen vom Bühne schrecken gingen, weil das ist echt zum Teil eine Katastrophe gewesen. Weil ich wirklich von einem ins andere rein gerutscht bei dir hat auch das Fernsehzeug angefangen, langsam Realität zu werden. Und ich war da in einer völlig konfusen Phase und hatte das Gefühl, ich brauche keine Auszeit. Ich brauche keine Zeit, um das Programm zu entwickeln. Ich gehe einfach auf die Bühne und dann mache ich einfach zwei Stunden etwas. Und das hat sich in den ersten Vorstellungen grausam gekriegt. Also ich habe dann auch gemerkt, nach 15 Vorstellungen ist es dann so langsam zu einem Stück geworden. Ja. Ist das die Frage, die du wolltest? Ja, das geht in die Richtung. Du hast... Also die Profitative Planung und das würde ich viel anders machen und würde das heute ganz... Also ich meine, ich bin jetzt auch so langsam dran, mache ich nochmal ein Bühnenprogramm, ich weiss es nicht. Mit dem Fernsehen, es wird wahnsinnig schwierig. Hier noch etwas dabei zu machen, aber irgendwie reizt es mich. Weil ich auch immer noch gerne auf die Bühne treten und einfach kein neues Material habe. Ich gehe jetzt gerade mit dem Zelt unterwegs und dort mache ich wirklich einfach zwei Nummern aus meinen zwei Programmen, die ich aber schon seit zum Teil sechs Jahren aufführe. Und das würde ich heute ganz anders machen. Also auch wie du. Einfach einmal vier Monate Pausen auf Amerika schön, Kinder oder Grosseltern, und dann in aller Ruhe ein Programm schreiben. Aber eben beschreiben vorzuschauen, weil das ist auch speziell, dass von meinem Programm existiert nichts schriftlich. Nicht. Nicht ein Satz existiert schriftlich. Und es gibt auch kein Video, auch keines von meinen Programmen ist abgefilmt. Also es gibt nichts. Also es ist wirklich einfach, wenn man dabei war. Es gibt kleine Ausschnitte. Eigentlich habe ich mit dem Kindergarten-Zeug komplett abgeschlossen gehabt. Dann ist der Anruf vor, von einem ganz tollen Verlag in Deutschland, wo ich gesagt habe, mach doch das. Und weil ich gedacht habe, es gibt wirklich nichts. Irgendwie. Und immer wieder rufen, kommen wieder mal Leute und sagen, hast du irgendeine Aufnahme oder gibt es das irgendwie etwas. Dann habe ich das jetzt wirklich mit dem Buch abgeschlossen. Aber sonst, auch auf dem zweiten Programm, es gibt neue Schriften, es ist alles während der Vorführungen so entstanden. Oder einfach so in meinem Kopf eine Idee. Ich arbeite immer mit Bildern, ich habe immer Bilder. Du hast das zweite Programm auch gesehen, oder? Ja, nicht ganz, nein. Hast du nicht? Ich glaube, ich habe es nie geschafft. Doch! Da gibt es einfach die Part zum Beispiel, wo ich auf der Bühne mich brügle mit meinem Zuschauer in den Monsterkostümen. Hast du das gesehen? Das habe ich gesehen. Weil das habe ich nie Standalone gemacht. Aber das weiss ich, das hast du mal... Genau. Und ich arbeite immer mit Bildern, oder? Also ich finde, was sollen die Leute, wenn sie rauskommen aus einem Programm, was sollen ihnen für Bilder im Kopf bleiben? Beim Kinderschreck ist das Motorsagen zum Beispiel gewesen, oder die Punk-Lieder, die Kinder-Lieder, oder wenn ich am Schluss die Gitarre zerstöre, also einfach so Bilder, die im Kopf bleiben. Und ich arbeite wirklich mehr mit Bildern und denke, das würde ich gerne in Erinnerung haben, dass ich sage, hey, ich habe einen gesehen, der hat im Publikum auf die Bühne geholt, hat der in ein King Kong-Kostüm hineingesteckt und er hat das Godzilla-Kostüm angelegt. Und dann haben sie sich einfach drei Minuten lang auf der Bühne verprögelt gegenseitig in einer riesigen Karton-Skyline und versucht dann das auf Bühne umzusetzen. Aber proben kann man das nicht. Also ich wüsste nicht, wie ich das proben oder schreiben soll. Das ist für mich ein Ding der Unmöglichkeit. Und darum ist es dann auch bei den ersten Tryouts, hast du die auf 20 Minuten lang? Also meine Tryouts sind traurigweise wirklich Premiere gewesen und die ersten zehn Vorstellungen sind dann wirklich Tryouts geworden. Weil ich habe zwar zwei Outs gemacht, aber ja wirklich irgendwie mein erster Tryout ist eine Woche vor der Premiere gewesen. Und das ist eine Katastrophe gewesen. auch da würde ich mich noch mal an dem kleinen Dörfli entschuldigen in der Nähe von Solothurn, wo ich den Namen vergessen habe, Siebeldingen oder irgendwie so heisst das, wo ich angekündigt worden bin als Tryout. Ich selber habe bis dahin nicht einmal gewusst, was ein Tryout ist. Ich habe das nicht gewusst. Ich hatte wirklich das Gefühl gehabt, da kommen dann 30 Leute, die zahlen keinen Eintritt. Und ich rede mit denen mehr über Stücke und probiere ein bisschen Sachen aus. Und dann bin ich da ... so habe ich das wirklich das Gefühl gehabt. Ich habe das Gefühl, da kommen wirklich diese Kultur beauftragt. Ich hatte keine Ahnung. Und bin dann in das Dorf mit Dominik Müller, der war das damals mein Regisseur. Er hat mir das Anschlag auch nicht gesagt, was ein Tryout ist. Obwohl er weiss es ja, er macht das seit Jahrzehnten so Sachen. Und wir sind im Schnee gestöbern. Dort sind eine Stunde, zwei Stunden spart gekommen. Ich bin dort eingetroffen irgendwie 20 Minuten bevor es losging. Schon am Dorfeingang riesige Plakate. Weisst du die Fasnachts-Ankündigungsplakate. Die Fasnachts-Ankündigungsplakate, die auf Papi aufgezogen werden, zwei Meter auf zwei Meter. Riese gross, das neue Programm von Dominik Deville. Und ich dachte, Scheiss, das ist zu gepflasterig, das Dorf. Da kommen wir so ein kleines Tears, eine kleine Bühne. Und es sind 250 Leute, die haben den Eintritt 30 Franken gezahlt. Und ich hatte nichts. Ich habe nur meine Monsterkostüme mitgenommen, irgendwie ein paar Punkplatten, ein Baseballschläger und ein paar Konservendosen, die ich dann so Schlagzeuge gespielt habe mit dem Baseballschläger und ein ausgestopfter Vogler. Das ist mein Konzept und ein Badmantel. Weil ich habe gewusst, am Schluss wollte ich nochmal wieder Jürgen Hei, kann ich es sagen? Wie heisst er denn? Udo Jürgens. Udo Jürgens. Danke einmal an dieser Stelle. Der Jürgen Dreefs. Udo Jürgens. Genau. Wieder Udo Jürgens nochmal im Badmantel auf die Bühne kommen und quasi die letzte Nummer im Badmantel machen. wo dann natürlich auch Faltenbadmantel und ich mich quasi nochmal nackt in die ersten Reihe hineinwerfen. Und das ist alles eine riesen Katastrophe gewesen. Es war so schlimm gewesen. Und da habe ich mit dem Baseballschläger eben so Dosen aufgebaut. und habe dann so eine Nummer gemacht, die man einem Kind beibringen würde, Rhythmisch Schule zu machen. Und habe statt mit Topf, mit Umrührlöffeln, mit Kochlöffeln, habe ich dann auf den Baseballschläger vorgenommen und habe das gleiche mit einem Baseballschläger gemacht. Und der Tisch, wo die Dosen drauf gestanden sind, wo der Veranstalter zur Führung ist, wo gesagt hat Dominik, was brauchst du? Er hat gesagt, ich brauche einfach den Tisch. Der hat mich dann hingestellt. Der Tisch hat wirklich faustgrosse Löcher drin. Und am Schluss ist herausgekommen, dass das Pult von seiner Tochter ist, die er liebevoll auf die Bühne gestellt hat. Und ich habe im Fall auch irgendwie nochmal 250 Euro für das Pult zahlen müssen. Und weil ich in die Sport gekommen bin, da hat er eine Katastrophe und ich habe wirklich Glück, wir sind in das Auto reingehechtet. Es hat am Schluss ein grosses Aperon gegeben. Und ich glaube die Leute sind wirklich nur geblieben, weil es ein grosses ist. Und ich und Dominik sind wirklich ins Auto reingehechtet und sind geflüchtet. Also es ist wirklich wie Dr. Frankenstein, der mit Fackeln und Heugabeln aus dem Dorf getrieben wird. So hat sich das angefühlt. durch den Schneegestöber nach Hause gefahren. Und ich habe wirklich geheult im Auto. Ich bin so fertig gewesen. Und weil die Leute haben es so scheisse gefunden. Es ist auch so schlimm gewesen. Aber weil sie einfach fertige Stücke erwartet und Eintritt gezahlt haben. Und ich hatte einfach nichts gehabt. Und habe nicht besser gewusst. Ich habe einfach gedacht, wenn es halt so scheisse läuft, dann freue ich euch einfach an, eine mega gute Taktik übrigens. Einfach die Leute beschimpfen. Und einfach wie es nichts versteht von hohen Bönenkunsten. Und dass das jetzt sehr äh 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 Montipidesk ist, was ich da vorne mache. Ist das die Deville'sche Überheblichkeit gewesen? Die Deville'sche Unsicherheit, also das ist wirklich der schlimmste Auftrag gewesen. Ich habe auch nicht einen schlimmeren Auftrag. Ich bin völlig aus dem Konzept ausgefallen. Und das hat mir aber vieles gelesen. sehr demütig gemacht. Und es geht aber so in kleinen Kunstreisen geht diese Geschichte so ein bisschen rum als schlimmste Tryout aller Zeiten. Wirklich? Ja. Das geht jetzt so ein bisschen rum, so bei den Dominik-Müller-Leuten, die so ohne Rolf dazukönstern. Und ich habe wirklich nur einmal ein Tryout erlebt, der ähnlich schlimm war und das ist von unserem guten Freund äh vom das ist früher äh Dulin. Johannes Dulin. Johannes, ja. Genau. Der hat damals Tryout gemacht, wo ich Regie gemacht habe. Und er hat genau denselche Fehler gemacht wie ich und es ist eine ähnliche Katastrophe geworden. Und da, siehst du, da bin ich dankbar, dass ich das erlebte. Da bin ich mit ihm im Auto gesessen, er spülend nach mir gesessen. Wir sind das Schneegestöber von Haus zu Hause gefahren. Und ich... Es ist wichtig, es hat immer Schneegestöber. bei ihm nicht. Aber er sollte in diesem Augenblick trösten. Aber du hast trotzdem deine Regie-Gage gekriegt. Genau. Nein, da habe ich wirklich keine Gage genommen. Aber was du gesagt hast, mit dem Material quasi auf der Bühne erarbeiten, weil man Bilder sieht. Das verstand ich. Bei gewissen Sachen habe ich das auch, als ich noch mit dem Chardin, der mein Regisseur war, zusammengearbeitet habe. Zum Teil habe ich ihm Ideen erzählt und er musste immer sagen, ja, mach es dann. Weil ich kann dir jetzt nicht sagen, ob es gut ist oder nicht. Weil du kannst es mir ja jetzt nicht so vorspielen. Es ist ja mega strange. Man braucht ja die Live-Situation. Ich brauche mega krass Leute. Ich auch. Deswegen ist ja auch, dass ich beim Fernsehen, wo auch schon Konzepte umgegangen sind, bei der Eubi-Ledner, das einfach ohne die Leute zu machen, oder mit weniger Leute. Oder ich weiss auch nicht, dass man der Live-Show-Charakter, weil das viel Geld kostet und so weiter, dass wir es eventuell zurückschrauben können. Oder ich weiss auch nicht. Oder dass wir also Video-Formate machen, wo ich eine so Büsse-mässige Kamera innen rede und so weiter. Aber ohne Leute, es interessiert mich nicht. Also ohne Live-Leute, die Live-Situation, finde ich mega wichtig und auf das baue ich auf. Du bist auch einer, der die Energie aufnimmt und weiterzieht. Darum habe ich auch eine Berechtigung, meinem Publikum die Schuld zu geben, wenn der Abend nicht gut ist. Weil ich bin wirklich nur so gut wie das Publikum. Wenn das Publikum scheisse ist, tut es mir extrem leid. Also ich weiss, als wir das Fünfjährige hatten, bekommen wir im Balz, hast du Gast moderiert und ich habe dir gesagt, am Anfang, machst du etwa zehn Minuten. Und du hast zehn Minuten gehabt, und dann habe ich gemerkt, jetzt wirst du warm. Ja. Und du hast mal übergelacht, wie lange habe ich schon? Und dann habe ich gesagt, mach noch ein bisschen. Und dann sind die nächsten Zeit das gesehen, was angefangen hat, hier oben auszumachen. Genau. Und dann immer weiter, immer weiter. Deswegen finde ich es auch so schwierig, im Fernsehen aufzutreten, wenn man Künstler ist. Also gerade bei uns. Die Zeitbeschränkung. Ja, wo vier Minuten, wir hatten noch vier Minuten. Dazu mal zu Jacobo Müller Zeit, wo noch 45 Minuten Sendezeit hatten und sie einfach die Zeit haben müssen füllen. Mhm. Das hatten wir ja fünf, sechs Minuten. Also meine Auftritte sind auch fünf, sechs Minuten. Sie haben bei mir gesagt, vier, ja, vier und halb ist dann schon sehr an der Grenze. Vielleicht, wir müssen irgendwie fünfe und halb oder so. Ja, aber ich bin ja nach dir gesehen, darum haben sie eben überkürzen. Aber dann drei Minuten, Maximum dreie und halb finde ich unglaublich schwierig. Das habe ich bei euch am schwierigsten gefunden. Drei Minuten. Das ist so schwierig. Du kannst nichts richtig anreissen. Und so paar kleine Gags. Und ich weiss noch, der Karpi hat dann einen Satz von mir rausgeschnitten. Ja. Sauhand. Dann hätte ich die eineinhalb Minuten gar nicht machen müssen. Weil mir ist dieser Satz wichtig gewesen. Gut, was einem Künstler wichtig ist, auf solche kleinen Sachen kommen wir keine Rückseite. Aber das ist Fernsehen. Und das ist zum Beispiel mit Kollegen aus Deutschland. Da habe ich oft die Diskussion. Dann sind sie irgendwie bei Comedy Central. Und dann sagt Comedy Central, hä, sorry, der Behindertenwitz, den kannst du jetzt nicht machen. Und dann sind das halt eben so Berliner, Szene, Stand-Upper, wo, weißt du, wirklich die Kunst vor alles. Und dann erregt diese Hoffnung und sagen, die haben mir den Gag zensiert, dann habe ich ihn trotzdem gemacht. Und dann muss ich sagen, aber es ist ihres Recht. Weil sie sind Fernsehsendig und sie sind v.a. Fernsehsender. Und du gehst zu ihnen. Wenn du das nicht willst, dann mach es nicht. Ich lasse mich halt gerne den Arbeiten den Profis machen. Also ich schaue, wo ich der Profi bin, schaue aber auch, wo die anderen Profis sind. Und wenn der Karpi einen Satz rausschneidet und der Karpi ist der Schneideboss. Eindeutig. Und er sagt, nein, das bringt, das rafft nochmal alles zusammen. Oder die Pointe ist jetzt nicht so wichtig oder es kommt jetzt nicht so darauf ab, von jemandem, der von aussen nicht live dich sieht und das Programm nicht könnte. Dann muss man ihm das einfach glauben. Ich habe es auch nicht als Vorwurf gemeint. Nein, aber du bist ja nicht der Erste, der mit dem kommt. Du bist ja nicht der Erste, wo wir irgendetwas rausgeschnitten haben. Wir haben doch schon Erfahrungen gemacht von Leuten, die dann richtig hässig wurden, weil wir ihnen irgendwie etwas rausgeschnitten haben. Wo wir aber auch gesagt haben, hey, ihr habt uns so viel Zeit und wir haben so wenig Sendezeit, die 35 Minuten, oder damals sind es so 30 Minuten gewesen. Wir müssen einfach nach dreieinhalb Minuten werden geschnitten und wenn du das nicht in dreieinhalb Minuten dann ist es so. Und trotzdem, ich habe es noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, der Künstler ist nicht gut gewesen, weil er vielleicht die letzte Pointe hat gefehlt. Das hat niemand hingeführt. Du hast vor Ort von der Sendung geredet. Ja. Und von dem Kurzauftritt in der Sendung. Und dort kann ich gerade anschliessen. Das ist gut. In Punkt Late Night hast du ja einen selbsternannten Experten dir gegenüber. Also du? Aha, ja. Und einen von den wenigen Menschen, die eine ähnliche Erfahrung schon machen konnte in der Schweiz. Zwar als Bühnenshow, wo wir dann aber auch am Fernseher ausgestrahlt haben. und wo, wie will ich sagen, wo der ganze Stress drum herum sicher ähnlich gesehen ist. Von was redest du? Von meiner Show. Wo du ja nie gekommen bist. Ist das die im Hebsentheater gesehen? Primetime Show. Und du in letzter Sekunde noch abgesagt hast einmal. Stimmt. Irgendetwas hast du gesehen. Stimmt. Und wo ist die im Fernseh ausgestrahlt? TeleBasel. Achso. Im Fernseh. Ja. Es ist tatsächlich in einem Bildschirm gelaufen. Natürlich. Und es musste so produziert werden. Und wir haben es selber produziert. Aber einmal monatlich? Oder wie ist das? Ja. Aber alles alleine. Und auf was ich eigentlich raus will, ist, was mich dort eben so gestresst hat und fertig gemacht hat, ist zu sehen, du haust das raus und dann führt alles von vorne an. Das finde ich eben geil. Wirklich? Das finde ich mega geil. Weil das ist genau das Gegenteil. Aber das finde ich geil. Ja, ja, ja. Ich weiss, was ich gerade vorhin gesagt habe mit der Entwicklung. Aber weil ja, dort werden die Inhalte komplett neu. Also du kannst ja mit so einer Show sowieso nicht etwas es ist auch nicht so gedacht, dass du etwas entwickelst. Mhm. Und ähm. Das finde ich schön, dass in so einer Late Night Show eigentlich ein Abfallprodukt ist. Also das ist wirklich, du konsumierst es und dann ist es durch. Und deswegen, gut. Du, wo monatlich das gemacht hast, ist es nochmal etwas anderes, habe ich das Gefühl. Also da leistest du viel mehr Energie oder eine andere Energie und viel mehr Zeit und du gehst wahrscheinlich viel tiefer in die Materie. Für das es dann genau gleich schnell weg ist. Das haben wir ja alle nicht. Bei uns ist ja wirklich, wir brauchen ja 5 Tage Zeit, um so eine Show zu schreiben, zu produzieren. Mhm. Und dann muss wirklich alles auf Sekunden stimmen. Das ist ja dann auch eineinhalb Stunden gegangen, oder dieses Ding? Ja, ja. Oder sogar zwischendurch. Und dann hast du wahrscheinlich überzieher zwei Stunden. Da hast du natürlich ganz anders drin liegen, als wenn einfach alles auf eine halbe Stunde und dann musst du irgendwie das alles reinbringen. Und du musst eben auch etwas aufbauen, etwas familiäres, oder wie man das sagen, mit dem Publikum zusammen, dass es irgendwie funktioniert. Und dann finde ich das schon noch cool, dass man das so rauszuhauen kann und dann ist es weg und dann interessiert es auch niemand mehr. Also das ist für mich eher wieder so wie ein Punkkonzert. Weisst? Nach einer halben Stunde ist es vorbei und es sagt niemand, der Ton ist nicht so schön gespielt, sondern entweder hat es eine Energie und eine Stimmung und es blühten die Leute, oder halt eben nicht. Aber dann könntest ja du theoretisch ein von den wenigen sein, der so eine noch öfters machen könnte. Täglich? Also meinst du das jetzt? Ja, es ist Montag bis Donnerstag oder sowas. Ja, ich meine... Wahrscheinlich dann auch nicht mit so ganz klar definierten... Also das braucht dann einfach ein riesiges Team. Also von daher wir sind ja auch sehr ein bisschen durchgesagt, du hast deine Show ganz allein geschrieben oder hast vielleicht noch irgendeinen Produzent dabei gehabt. Also dann braucht es einfach ein riesiges Team. Also ich meine, das ist jetzt Amerika oder England gibt es die tägliche Late Night Shows. Mhm. Und die schaffen dann aber wirklich einfach im Schichtdienst 200 Writers daran, oder? Und bei uns sind es halt einfach mal 5. Ja. erst mal abgebrochen auf die, die wirklich etwas liefern. Ich glaube, das wäre so nicht möglich. Auch das, dass wir uns bei unserer Show abwechseln, mit dem Elsner zum Beispiel, mit Late Update, mehr Shows zu machen, als wir es jetzt haben. Im Schnitt 2x10 im Jahr, also 2x Staffeln. Mit dem Budget und der Manpower, die wir im Augenblick haben, wäre mehr überhaupt nicht möglich. Wir sind so viel fertig, nach 10 Wochen. Mhm. Dass wir wirklich, weil wir uns nicht können, wir können nicht einmal sagen, ich mache jetzt eine Woche Pause. Ja, ja, ja. Also zum einfach mal oben runterkommen und mal wieder ein bisschen auftanken. Und man merkt dann schon auch, dass sich die Wäge nach ein paar Wochen immer wieder wiederholen, dass man irgendwie eine Meldung hat. Und du magst fast nicht mehr die Meldung lesen, weil du irgendwie das Gefühl hast, aha, ja, okay, dann macht man halt wieder ein lustiges Filme oder eine Neusynchronisierung von diesem kleinen Clip. Oder was es dann ist. Man hat dann immer schon die gleichen, und man ermüdet dann so ein bisschen. Also ich finde es wahnsinnig schwierig, mehr zu machen. In dem würde ich aber gerade die Chance sehen, weil ich so das Gefühl habe, der Aufwand ist eh schon da. Könnte man einfach länger die Kamera laufen lassen an mehreren Tagen. Weil, John Oliver hat erzählt, er hatte eine Diskussion mit HBO und er sagte, wir müssen sogar noch weniger Sendungen machen, wir müssen aber gleich viel Geld verdienen wie vorher. Weil sonst die Qualität leidet. Und bei ihnen ist halt wirklich die Essays, die sich fünf Wochen vorher anfangen. Zum Teil wird dort aber schon ein Jahr vorher recherchiert. Und danach haust du so 20 Minuten Dinge raus, wo auch fünf Jahre später Leute noch schauen können, wenn sie das Thema interessiert. Und wenn du aber mehr in dem Punkrock einmal raus, ich sage es jetzt extra so, wegwerf, Ding bist, dann sehe ich dann zum Beispiel, in Deutschland ist das klar ersichtlich, Harald Schmidt ist besser gesehen, wenn er mehrere Oeben hintereinander hatte, weil er ein bisschen im Groove war und dann ist eben mal ein schwacher Tag und dann ist sie auf Indrof angekommen und du bist auch so ein Mensch, wo eben Energie von den Leuten, du kannst aus blöd gesagt Scheisse Gold machen, du kannst 20 Minuten keinen Plan haben und es kommt gut. Und der Raab zum Beispiel hat wahnsinnig abgegeben, weil er dann nicht seine 50 Minuten hätte senden können, sondern die hätte dann auf fünf Tage aufteilen müssen. Grundsätzlich, Setzler finde ich es immer sehr gefährlich, mit frühen Shows Charakteren, auch Bands zu vergleichen. Nein, nur aus einem Grund, es hat einfach zu Harald Schmidt Zeit, der ganz einfache Grund, es hat das Internet und YouTube noch nicht gegeben. Das stimmt. Also die Leute konnten nicht die Zeugen nachschauen oder nochmal schauen sondern du bist einfach vor dem Fernsehen und dann hast du es gesehen und dann ist es durch und dann ist der Eindruck da gewesen. Und jetzt ist das halt ganz anders, also die Leute schauen es nicht live, sondern sie schauen zuerst alle amerikanischen Late-Night-Shows dann alle englischen Late-Night-Shows auf YouTube nach und dann, wenn ihr noch ein bisschen Zeit bleibt, schauen sie noch ein bisschen Bits von unserer Late-Night-Shows auf YouTube nach und bilden sich dann ein Urteil. Und das ist früher, hat man die ganzen Verglichen gehabt. Darum finde es immer schwierig, wenn man auch vergleicht mit mit, 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 es kommt immer die Gleichheit mit mit Ventil und Frank Baumann und so weiter. Aber das wollte ich gar nicht. Also ich sage einfach, die Zeiten sind anders und mit einem Punkkonzert kann man es auch nicht vergleichen, weil ein Punkkonzert lebt von live. Wenn du dabei bist. Und das ist, der Fernseher ist ein unglaublicher Filter. Also wir haben schon viele, viele Aktionen oder auch ganze Sendungen in denen wir das Gefühl haben, mega geil, so geile Stimmung gesehen. Und es hatte richtig Energie und dann schaust du es im Fernsehen und du merkst, okay, für die Leute dort, ist es geil gewesen. Aber wenn du es schaust durch den Filter Fernseher, das ist ein wahnsinniger Filter, fühlst du dich wie abgehauen und denkst, ja, schön, haben sie jetzt die Holt in dem Studio oder in der Maske, wo wir dann aufgezeichnet haben, aber irgendwie kommt nichts rum. Also ich finde, es ist, es ist schwierig. Also, da jetzt einfach zu sagen, wir lassen die Kamera noch weiterlaufen und dann gibt es halt mal einen schlechten. Und dann gibt es halt auch, wir haben halt wirklich den Anspruch, dass wir von Show zu Show besser werden. Und nicht, dass mal zwei, drei gut sind und dann wieder der eine recht schwach dafür kommt, weiss man am nächsten Tag und wieder einer ist wieder stark oder einen guten Gast oder ein gutes Thema oder ich weiss auch nicht. Ähm, aber da könnte man jahrelang darüber diskutieren. Aber täglich hätte ich glaube auch wirklich keine Lust darauf. Ja. Also es ist jetzt nicht so, ich finde es ist wirklich kein tolles, es ist der tollste Job, den ich je gehabt habe, aber es ist jetzt nicht einer, wo ich jetzt sage, ich brauche jetzt jeden Tag den Leuten satirische Sachen um die Ohren rumzuhauen in Gravaten und Anzug. Weil es ist ja auch eine Bühnefigur, die ich dort spiele. Also ich spiele, ich bin nicht Dominic Deville, wie ich normalerweise bin, weil ich jetzt nicht einmal da in dem Podcast bin, sondern ich muss ein gewisses Sendebewusstsein ausstrahlen vor einer Kamera, das ist ganz etwas anderes als auf einer Bühne oder da. Und das ist wirklich, finde ich, es ist anstrengend. Es ist zwar nur eine Stunde lang, sagen wir jetzt mal alles in allem vor der Kamera oder 45 Minuten, aber ich finde es anstrengender als drei Stunden auf der Bühne zu stehen. Es war auch eine rhetorische Spielerei mit einem täglich. Aber was natürlich schon ist, der Zeitfaktor bei so einer Sendung ist eben wahnsinnig. Weil wenn du auf der Bühne stehst und zehn Minuten länger macht... Fliegen, gell? Ja, ja. Zehn Minuten länger auf der Bühne macht keinen Unterschied. Im Gegenteil, wenn es mal läuft und du kannst gerade die Welle mitnehmen, dann reitest sie fast schon zu tot und die Leute sind in einer Ekstase und es ergibt sich so eine Symbiose. Und beim Fernsehen kann das Gegenteil basieren, dass ich einmal aufgetreten und zweimal bin ich auf die Augen zu schauen. Und das eine Mal, der damalige Gast, der ist jetzt super Talk gewesen, viel zu lange gegangen, eine halbe Stunde oder so. Und dann musst du am Schluss es runterkürzen auf die fünf Minuten, die du halt eingeplant hast für den Talk-Teil. Und dann ist es so, fast aus dem Zusammenhang gerissen, eine kleine Anekdote. Und dann heisst es, Danke, schön bist du da gesehen. Ich weiss nie, was dort die Lösung ist, aber den Zeitdruck und den Stress, den habt ihr wahrscheinlich auch, weil ihr wisst, heute hatten wir eine Sendung von 60 Minuten, die qualitativ 1A war und einen anderen Tag, musst du sagen, aus diesen 20 Minuten müssen wir jetzt ein bisschen strecken. Ja, also es hat es auch schon gegeben, dass wir Sachen haben müssen drin lassen, die wir uns eigentlich genommen hätten und gemerkt, das ist die Sendung einfach zu kurz. Ja, wie gesagt, das ist ein grosses Thema und ich sage aber gleich, wenn mich viele fragen, was der Unterschied ist, dann kommt ja immer, was ist der Unterschied zwischen der Bühne und Fernseher? Finde ich, das ist wirklich meine Lehre gewesen, die ich auch bitter in den ersten Sendungen auf der Bühne spielst du auf das Publikum, wo im Saal sind. und im Fernseher spielst du nicht für die Leute, sobald du für die Leute im Saal spielst, ist es vorbei. Dann setzt der Filter Fernseher ein und die Leute fühlen sich ausgeschlossen, die in Ebenkingen vor dem Fernseher sitzen. Die in Zürich sind schon flott dort, aber ich schalte jetzt mal um, weil ich bin dort nicht dabei. Und das muss ich mir immer noch, jede Sendung, und ich muss das auch vielfach im Warm-up den Leuten sagen, hey, sie sind nicht enttäuscht, wenn ich das Gefühl habe, ich rede euch vorbei, aber ich rede für die Leute, die hier ohne den Fernseher eingeschaltet haben und traurig alleine, mit den Dosen Bier vor dem Fernseher sitzen und der schlagende Frau in der Kühltruhe, muss ich dort für die spielen, dass die dranbleiben. Und ähm, und manchmal klingt es mir die Mischung perfekt auch nicht zu stellen, aber manchmal auch nicht, dass ich gar nicht bei den Leuten bin und ganz am Anfang ist mir viel zu viel passiert, dass ich viel zu viel in den Leuten vor Ort gewesen bin und dann das zu Hause geschaut habe und merkt, Scheisse, das, was sich so gut angefühlt hat, starke Nummern, geile Pointe, ähm, ist zwar mega gute Pointe und huren cool, aber der dreiminütige Aufbau vorher hat nichts für die Leute, die draussen Fernsehen schauen, sondern das ist wirklich nur für die Leute, die jetzt im Saal sind, oder? Das ist ja gemeinsam ein Fernsehpublikum. Fernsehpublikum ist ja wirklich nur dienlich für die Fernsehsendung und ist nicht ein effektives Live-Publikum. Ja, wobei ich viele Leute bei uns haben, die ja kommen und sagen, das inzwischen, das kommt auch immer wieder, weil wir haben ja mit dem Schneider-Sendung und wir machen auch Umboten und so weiter. Und dort rede ich dann halt auch mit den Leuten und gehe dann in meine Bühnen-Persönlichkeit hinein. Und ganz viele sagen, hey, warum strahlt denn nie das aus, das ist ja so cool und so geil. Ja, sage ich ja, aber wenn du jetzt im Fernsehen schauen würdest, das ist nicht geil, weil dann rede ich zu euch im Saal und bin aber nicht bei den Leuten zu Hause. das merkt man. Das hat man bei ein paar Folgen am Anfang ganz stark gemerkt. Ich habe auch gemerkt, dass, wo die Sendung frisch rausgekommen ist, und das kennst du ja auch, das ist das Typische, man ist in irgendeiner Art und Weise mit dieser Szene verwandt, danach kommen die Leute immer und wenn deine Meinung hören. Immer als erstes. Was sagst du eigentlich zu der neuen Sendung vom Debel? Wie findest du eigentlich Late-Update? Und das und das. Und Menschen, die nichts mit dem zu tun haben. Und dann habe ich so gemerkt, bei den ersten paar Sendungen habe ich dann eben immer immer erklären, wer du bist. Hast du mich auch in Schutz nehmen? Hast du mich auch in Schutz nehmen? Ich habe die Welle in Schutz nehmen. Viele Freunde kommen auch immer und sagen, hey Dominik, ich habe dich so in Schutz nehmen, die Leute finden es so schlimm, was du dort machst. Nein, nein, es ist nicht einmal so schlimm gewesen. Ich habe mir so erklären, der Deville ist eine willige Rampensau. Er ist ein Bühnenmensch und eine Fernsehsendung ist etwas anderes und sich in das gewöhnen, das machst du nicht bei Tag 1. Und das ist dann auch gemein, nicht zum Vergleichen, aber wenn eben eine tägliche Show, wo man ist, hast du nach einem Monat 20-25 Sendungen auf dem Buckel und du hast für das 2 Jahre oder so etwas. Ja. Und normalerweise tust du bei allem die ersten 50 Folgen einer Fernsehsendung gar nicht beachten, vor allem wenn es ein eher tagesaktuelles Ding ist. Und wir in der Schweiz haben gerne diese übergrosse Vergrösserungslupe, wo wir sagen, schau mal da, nach 3 Minuten 50 hat er sich verschwätzt. Was ich ganz spannend an dieser Erfahrung fand, dass die Leute am Anfang viel mehr von der Bühne in die Sendung genommen. Ich habe viel mehr in die Leute in die Sendung genommen und ich auch in die Leute Ananas in die Gegend gerührt und Sachen umgeschmissen und also wirklich viel mehr Sachen, die ich von der Bühne gemacht habe, ins Fernsehen versuchte zu besetzen. Und dann eben gemerkt, dass das im Studio für Stimmung sorgt, aber durch den Fernsehfilter einfach nur chaotisch wirkt. Ja. Und dann immer ruhiger wurde, auch viel mehr rumgelaufen, viel mehr rumgelaufen, viel mehr Abschweifungen gemacht und nicht auf den Punkt kam. Und jetzt bin ich viel straighter, viel, also wirklich, jetzt schaffe ich mit dem Skapell, habe ich das Gefühl. Deswegen brauche ich so zum Ausgleich und lasse mich dann komplett okay und bereit. Eigentlich auch wirklich nichts mehr vor, weil ich dort so muss mit dem Sezierbesteck beim Fernsehen dahinter gehen, auf quasi fast auf die Sekunde genau Pointen bringen und so weiter. Und dass die Leute jetzt das Gefühl haben, jetzt, finde ich mega spannend, dass sie jetzt fühlen, hey, jetzt bist du viel wilder. Jetzt bist du viel böser und härter und das ist viel, und du traust dich viel mehr jetzt, gell? Jetzt merkt man es. Du traust dich viel mehr. Vorher bist du noch so etwas schüch und so. Und das finde ich mega strange. Aber so, das ist genau das, was ich beschreibe. Der Fernsehfilter. Genau, dass man einfach näher bei den Leuten dran ist, oder? Und irgendwie wirklich bei den Leuten ist und dein Gefühl nicht, jetzt bist du näher. klar bin ich jetzt ihnen näher und bin einfach direkter, weil ich mehr auf den Punkt komme und es kommt schnell und das braucht es im Fernseh. Die Schnelligkeit braucht es im Fernseh. Weil, gerade wenn ich sage, Fernseher auch ein sehr exaktes Medium ist. Ja. Und weil einfach im Publikum steht niemand auf und geht. Ausser bei deiner Premiere. Aber, ähm, der eine, die nicht mehr gekommen ist. Aber der ist schlecht, dem ist schlecht gewesen. Bei Joel ist einer aufgestanden und hat irgendwie gesagt, der müsste raus oder aufs WC. Ja, ich habe natürlich noch Sprüche gemacht. Du hast noch Sprüche gemacht. Wir haben alle gewartet. Ich habe dann auch gewartet, dass der zurückkommt. Und dann applaudieren wir. Oder irgendwie so etwas. Und, äh, der hat sich konstant übergeben, weil er in der Lebensmittelvergiftung hatte. Ja. Und ich habe bis jetzt noch nicht rausgefunden. Das Hepstetheater hat spezielle Speisen. Nein, er hat vor allem etwas gegeben. Alle haben es mir dann erzählt. Dem ist schlecht gewesen. Ja. Und er hat sich nicht hineingetraut. Und vor allem, es hat dann alles noch mehr erklärt, weil er schon mega lange noch beim Eingang gestanden. nicht raus. Er hat so gesagt, alles gut. Weil er wahrscheinlich sich selber schnell nicht sagen musste. Oh Gott. Oder vielleicht hat er tatsächlich nicht reingetraut. Das ist ja auch die Macht der Bühne. Ja. Und dann, habe ich halt allen gesagt, wenn jemand weiss, wie der heisst, bitte. Ich würde den mega gerne einladen. Das tut mir leid. Und, ähm, darum auch jetzt nochmal an dieser Stelle die vier Zuschauer und Hörer. Falls ihr den herkennen im pinken Pulli, der sich an Mino Premiere übergeben hat, den laden wir sehr gerne ein. Wo sind wir Stopp? Bei deiner Sendung und durch die Direktheit, wo eben Leute auch nicht rauslaufen. Ja. Ja. Genau. Und im Fernsehen, live laufen sie ja nicht davon. Aber, der Druck auf die Tasten ist halt mega schnell gemacht daheim. Also wenn es einen langweilen und einen nicht interessiert, dann schalten wir um. Weil, wie gesagt, oder geht ins Internet. Oder what the fuck. Viel einfacher sogar, weil, wenn jemand die live schaut, dann betreiben einen extremen Aufwand. Mhm. Darum bin ich diesen Menschen auch immer so dankbar. Weil ich weiss es ja selber, wie es ist. Vor allem hast du drei Monate Billette gekauft und dann findest du das ist jetzt heute. Ach, jetzt hatte ich so viel Stress im Geschäft und eigentlich noch das. Wollen wir überhaupt gehen? Und es ist ein psychischer und physischer Aufwand. Fernsehen schaue ich ist das Gegenteil. Es ist wirklich einfach mhhh. Oder? Und ich habe dort oft das Gefühl, dass die Menschen sich nicht bewusst sind, was eben alles dahinter ist. Weil sie einfach das ist scheisse. Vitor. Ja. Das ist aber auch ihr gutes Recht. Absolut. Absolut. Und dann muss man auch wie gesagt, dann muss man auch immer darum sind wir auch so darauf erbicht bei uns besendigt, dass wir keine Gags nachmachen machen oder wiederholen. Die Chance ist einfach wahnsinnig gross. Aber wir kommen einmal in der Woche. Das Internet läuft 24 Stunden. Twitter, Facebook, Insta. alle Gags sind eigentlich schon gemacht. Und das erste was wir wirklich machen, ist alle Twitter, Insta-Kanäle und Facebook durchschauen, ob zu diesem Gag schon eine Nummer gemacht worden ist und was für eine Nummer. Und viele gute, ganz tolle Ideen, die wir hatten. Und wir aber gemerkt haben, shit, die Idee hat vor vier Tagen irgendein US-Sender auch schon gehabt. Dann bringen wir sie nicht. Weil die Gefahr einfach zu gross ist, dass man das dann irgendwo postet und dann postet einer unter das Original und sagt, schau da, nicht so gut. Das ist auch das Faszinierende bei den amerikanischen Late Night Shows, wo gleichzeitig tapen und ausgestrahlt werden. An dem Tag hat der Trump XY gesagt. Und dann siehst du bei drei verschiedenen Sendungen denselche Gag. Was einfach die einfache Assoziation ist. Und wenn es nur einen Tag verschoben wäre, würdest du sagen, nein, auf keinen Fall machen wir nicht. Das ist Segen und Fluch vom Internet. Und zum Fernsehen, wo man einfach abstellen kann. Ich habe es mit Charlie jetzt davon gehabt. Meine grosse Theorie ist ja, sobald du Menschen in ihr Leben eindringst, wo sie es sich nicht auswählen können. Die Bühne ist ganz klar, sie wählen sich aus. Ich gehe das schauen. Wenn sie Scheisse finden, dann gehen sie halt wieder heim. Aber werfen sie dir das nicht eigentlich vor. Hingegen Fernsehen dringst du ja bei Menschen in ihren Kreisen ein. In ihr Leben. Dann kommst du zu ihnen heim. Genau. Hast du dort positive Erfahrungen grundsätzlich? Dass ich zu ihnen heim komme? Also ich meine jetzt durch den Fernsehtür. Von der Reaktion her? Oder? Also ich merke es ist wie mit jedem. Wenn es dir auch eine Familie einen neuen Hund zutut. Ganz am Anfang findet man es herzig. Da nervt es einen. Und irgendwann hat man sich daran gewöhnt. Und dann ist man froh, wenn er da ist. Und so ist es mit dem Fernsehen auch. Nach ganz diesem Wahlspruch Akzeptanz durch Penetranz ist, dass du wirklich einfach immer ankommen musst. Und irgendwann bist du dabei bei den Leuten und gehörst zu den Leuten und gehörst zur Familie und gehörst zum Sonntagabend dazu. Macht es für uns auch wiederum schwierig mit den wenigen Shows die wir haben. Dass wir nie die Leute an uns gewöhnen können. Weil wir ja noch also wenn dann mal alle Ich habe immer so das Gefühl am Anfang schaut niemand in der Staffel weisst du so da geht es 3, 4, 5 Sendungen und dann merkst du dass ich auf der Strasse die Leute ansprechen oder eine Nummer anschauen oder Mails bekommen oder so. Das setzt immer so nach 5, 6 Wochen erst ein. Und dann steigt es und dann nach 10 Wochen ist es schon wieder fertig und dann kommen dann vielleicht so Sachen oder was ist los oder so weiter. Und dann geht es halt im jetzigen Turnus wo wir haben geht es halt leider Gottes noch mal 3 bis zum Teil jetzt die Sommerpause 6 Monate bis wir wieder auf den Senden kommen. Also wir haben Ende Mai die letzte Sendung gehabt und gehen Mitte November wieder raus. Die Leute vergessen so schnell. Sie haben keine Ahnung mehr wer ich bin. Und du musst quasi immer wieder bei null anfangen und dich wieder so einschleimen bei den Leuten. Also ich habe das Gefühl Nägel. Wir sind jetzt doch auch schon über 3 Jahre dabei und wie gesagt das Volk schon gesagt über 60 Sendungen ausgestrahlt. Ich habe das Gefühl oder wir sehen es ja auch in der Kurve und in der Quote dass wirklich Leute wegen uns einschalten. Also sie schauen vorher nicht jetzt den Tatort also es gibt ganz viele die den Tatort schaut und dann wenn wir ausschalten. Das gibt es auch. Aber es gibt tatsächlich eine Gruppe von Leuten die ganz direkt einschalten und du siehst dann an der Kurve bleiben dann auch dabei und erst am Schluss schalten sie dann aber auch wieder aus. Ihnen bedeutet das etwas und das ist natürlich schön. Also wenn du das so siehst. Das haben wir am Anfang noch nicht gesehen. Du siehst wild durcheinander. Aus eingeschaltet. Keine Ahnung. Kaum kam mal jemand anderes als ich ein Musikstück oder ein Comedian oder ein Einspieler hat die Leute gemerkt schalten jetzt einmal die 100 Sender durch. komm mal schau mal. Und jetzt bleibt dabei. Und anscheinend haben wir eine Zuseherschaft. Ist aber auch der Umzug von am Anfang sind wir Freitag spät zu Abend gesehen zu Sonntag nicht mehr ganz so spät zu Abend. Ja. Ist aber dort schon am Freitag schon gesehen dass wir eine treue Zuseherschaft hatten. Aber ja Sonntagabend ist nochmal eine ganz andere Story. Und es ist halt schon ein sehr spezielles Konzept ich weiss nicht ob es in irgendeinem Land das es sonst gibt mit einem Maing-Avater wo satirische Sachen vorgibt. Nein. Sondern das Konzept im Sinne von ein paar Sendungen dir. Ein paar Sendungen Late-Update mit Michael Elsen. Das ich weiss auch nicht vielleicht allein wenn man schon sagen die 20 Sendungen die dir im Jahr machen dass man die wenigstens en bloc macht. Und nicht 10, 10 oder irgendwie so. Ja das ist auch wie gesagt für uns ist es im Augenblick rein kräftemässig gar nicht anders möglich. Also 20 Sendungen wäre unmöglich es wäre Wir hatten einmal 15 vor einem Jahr und das ist richtig hart gewesen. Also da ist wirklich gar nichts mehr gegangen. Die letzte Sendung war abgereiht. aber ja wie gesagt du kannst die Leute nicht an dich gewöhnen. Du musst jede Figur keine Figuren einführen oder einen Harry Hassler einzuführen das wäre nicht möglich. Weil ja man vergisst halt also man vergisst ja wie die Figur sich gespielt hat. Oder wenn du es nicht wöchentlich kannst du mindestens einmal bringen. Und das macht es auf der einen Seite das macht es schwer auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Chance. weil du immer wieder von vorne dich neu finden kannst. Und das finde ich eigentlich auch noch ganz schön. Was machst du in der Zwischenzeit eigentlich? Weil ein neues Bühnenprogramm per se was sich anbietet. Also ich kann glücklicherweise glücklicherweise kann ich mir die Engagements auswählen. Ich bin aber jetzt niemanden der jetzt gross wie zum Beispiel Nelsner oder Büssi der jetzt von grossen Firmen und Konzernen eingeladen wird und der seine 20 Minuten machen kann und dann eigentlich einen Monat nicht mehr arbeiten. Das passiert bei mir nicht. Ich bin jetzt an den Konzerten und würde auch nicht alles machen. Wieder ein anderes Thema. Aber ich habe immer irgendwelche Auftritte, Moderationen, Projekte die wir anbieten und die auch nicht gedreht werden. Mal in einem Film hier mitspielen, mal hier ein Hörspiel, mal hier etwas schreiben, eine Kolumne oder eben ein Buch mal schreiben oder im Theaterstück mitzumachen. Also ich habe eigentlich immer zu tun und lebe aber auch nicht auf grossem Fuss. mit der neuen Wohnung mit der neuen Wohnung dann? Deswegen ist sie toll, weil sie nicht wirklich wahnsinnig teuer als das, was wir jetzt haben. Es geht wirklich nur um Kinder, um da nochmal auf einen Anfang zurück zu kommen. Dass man die einfach aus einem Umfeld rausnehmen müsste, wo wir uns noch nicht so hundertprozentig sind. bis nächsten Montag müssen wir uns sicher sein. Was ich geil finde, ist zum Beispiel im Casinotheater Winterthur die Rampensau. Offene Bühne. Dort hast du mich, als wir uns kennengelernt haben, gesagt, komm mal vorbei. Du hast mich quasi eingeladen zu einer offenen Bühne. Und ich weiss noch, wo dann eben die Fernsehsendung kam, habe ich zuerst gedacht, das wird er dann nicht mehr machen. Und ich finde es immer geil, wenn Menschen, hunderttausende Zuschauer am Sonntag oben, und dann gehst du gleich am Montag ins Casinotheater von 50 Leuten und eine offene Bühne moderieren. Einfach, weil es Spass macht. Und ich finde es geil, wenn man sich im positiven Sinn nicht zu schade ist für so etwas. Weil man auf einmal findet, ich bin jetzt beim Fernsehen, warum es hört sich da? Also ich habe es gesagt, es ist für mich ein fantastischer Ausgleich. Wenn das auch so ein durchkonzept getaktetes Ding wäre, würde ich das wahrscheinlich nicht machen. Sondern ich mache das, weil ich dort wirklich frei bin. Man kann keine Zeit halten. Das gehört dann auch 50 Leute, was auf dieser Bühne erzählen. Das sind vielleicht andere Sachen, als ich von einer Kamera erzähle, wo ich weiss, da muss ich 200'000 unterhalten, oder für die muss alle Stimmen in meinen Zugang haben. Da kann ich reinschauen, auf die Bühne laufen, mache zwei, drei Gags, sehe die 50 Nasen im Publikum und weiss genau, was ich bringen kann. Oder was ich nicht bringen. Und meistens nicht, dass da auch irgendwelche, nicht einmal härter, ich will gar nicht sagen, härteren Spuren überhaupt nicht, aber einfach irgendwie Themen, die die Leute auch interessieren könnten. und sie kommen gleich aus dem gleichen Tag wie näher, und dann bist du halt viel direkter. Und ich muss nichts planen, wie gesagt. Ich kann so reden, wie mir der Schnabel gewachsen, ich kann eine halbe Stunde reden, ich kann nur zwei Minuten reden und Künstler den Rest machen, die dort auftreten oder in der Öffnung gewinnen. Und ich bin halt gleich interessiert, was läuft sonst so. Und was haben wir im Augenblick in der Schweizer Comedy-Gabrie-Szene. Weil, wer weiss, vielleicht kommen wir irgendwann mal mit einem Programm auf die Bühne zurück und da willst du schon ein wenig an Schuhen sein. Also ich glaube, es ist gefährlich, jetzt für mich, wenn ich komplett von der Bühne abwenden, ich mache jetzt nur Fernseher, ich weiss, wie lange das Fernseher noch gibt, auch noch der Leidige No-Bilag-Situation ist gespart, wo es nur geht. Und, ähm, da wollte ich dann nicht irgendwie ein Bühnenprogramm schreiben, dann komme ich auf die Bühne und merke, ich mache irgendwelche Zeug, das ist seit zehn Jahren komplett vorbei. Und deswegen bin ich schon immer, schaue ich mir hier und, äh, ich würde von mir sagen, dass ich glaube, alle jungen Künstler, die jetzt so am Kohl sind oder die es probieren, sicher schon mal gesehen auf einer von den vielen Bühnen, die ich moderiere, den offenen Bühnen, weil die kommen an mir quasi nicht vorbei. ja. Und es ist natürlich auch wichtig für die Show, also wenn ich nicht ewig wollte, äh, auf, äh, auf, äh, auf, äh, Fischkind, Emil, Marco Reimann, Stefanie Berger zurückgreifen, die bei mir auftreten, und habe, wie mit dem Cenk, mit dem Charlie, mit dir jetzt schon viele Leute so kennengelernt, dass ich sage, hey, nein, super, kommen wir vorbei, äh, drei, vier Minuten und machen irgendetwas, oder genau der Part, den sie gemacht haben. ist natürlich wunderbar. Ja, und was bei den offenen Bühnen ja immer, äh, mit gespieltem Schrecken feststellst, ist, dass in den letzten Jahren extreme Stand-up-Boom entstanden ist. Ja, ja, auch ein Thema, wo wir jetzt nochmal in den ganzen Podcast, das machen wir das nächste Mal, nochmal eine Stunde lang darüber reden, ähm, dass es, ja, es ist, ich sehe ihn da, ich sehe ihn da, um nochmal da, wo ich sozialisiert wurde, mit der Punkmusik, mit dem Punk. Ich sehe eine ähnliche Bewegung. Punk ist das gewesen, wo, äh, wo vorher der Prog-Rock gewesen ist, also Pink Floyd, Can, all die Bands, die jahrelang geprobt haben, riesige Studios gemietet haben, um irgendwie den Platten aufzunehmen, und dann, und du bist nicht auf die Idee gekommen, dass du das auch mal machen könntest. Also, da ist man nicht auf die Idee gekommen. Und dann ist das Punk losgebrochen, wo einfach gesagt hat, doch, du kannst es, du brauchst ein Instrument, das muss nicht einmal ganz sein, das kann auch nur eine Seite haben, du hast ein Schlagzeug dir am Schrottplatz zusammenbauen, und du musst nicht singen können, du musst nicht einmal Bühnekleidung anhaben, du musst nicht einmal eine Bühne haben, und du stehst einfach da hinten, wir stecken ein, und dann schreist und machst einfach die Lärme und die Leute sind unterhalten. und dann sehen wir das im Stand-up, wie jetzt mit der Cabaret-Szene, oder, wo es in der Schweiz gab, wo alles recht durchgetaktlich ohne Rolf sind, glaube ich, die letzten ganz grossen, die noch etwas ganz Neues reingebracht haben in die Comedy- und Cabaret-Szene, die man so noch nie gesehen hat, wo man dann so das Gefühl hatte, hey, auf so eine geniale Idee kommt man nicht mehr, oder, das ist nicht mehr möglich. Und jetzt mit dem Stand-Upper, wo man merkt, hey, es hat auf einmal ganz viele kleine Bühnen, du musst nicht in das Casinotheater eingeladen oder irgendwo, sondern du kannst in irgendeiner Stadt gibt es irgendeine grusige Schuppe, wo es eine kleine Bühne hat, da kannst du aufstehen, da gibt es ein Mikrofon und es hat 15 besoffene Leute im Publikum und du versuchst dieses Zeug aus und bist entweder der Hero am Abend oder bist du total tief, aber das ist völlig egal, dann gehst du einfach zwei Strassen weiter ins nächste Lokal und machst in 15 Minuten nochmal und versuchst es dort. Und deswegen sind da auch ganz viele, die jetzt das machen und die auch, wie beim Punk, das Gefühl hatten, es sei aber auch so einfach. Das ist das, was ich immer feststellen. Man muss ja nichts können. Man braucht das Mikrofon, man redet ein bisschen vor seinem Tag und alle finden es mega lustig, weil zu Hause am Standtisch auch alle lustig und wenn ich das an der Hochzeit und dem Geburtstag von meinem Bruder erzähle, kommen sich auch alle vor Lachen. Und ja, das spült halt auch ganz viele Leute auf, wo du siehst, cool, probiere das aus, aber da weiss ich nicht, ob da mal etwas weiter passieren wird oder ob sich das lohnt. und das ist auch ein, ich sehe eine viele Standupper, die ihnen mega wichtig ist, dass sie geile Prospekte haben, eine geile Webseite, ein Podcast, ein T-Shirt, wo du das Material anlust. Auf wer spielst du jetzt an? Nein, gar nicht auf deres. Das weisst du selber, die ganze Haufen Tölle und du denkst, wow, professionell. Dann gehst du es schauen, lösst dir 10 Minuten an und denkst, sorry, das ist gar nichts, das ist wirklich für eine kleine Reise aber da wird auch nie etwas grosses passieren können. Also, es hat viel mehr Leute, die jetzt auf Bühnen aufstehen, bei der offenen Bühnen oder das zum Schluss machen wir das auch schon 10 Jahre, das moderieren. Früher mussten wir richtig Leute suchen. Wir mussten richtig Leute suchen, die etwas auf der Bühne machen. Und jetzt merke ich, und dann sind die aber gekommen und haben viel mehr etwas aus Spassen, das mal vor einem Abend gemacht wird, weil sie darum gebeten und es einfach den Scheiss ausprobiert. Und jetzt hast du viel mehr, die wollen, gerade junge Leute, die auch kommen, die auch noch vieles nicht sitzen und die sind dann aber gerade sehr beleidigt, wenn es nicht gut ankommt. Oder versuchen dann sich in komische Theorien, Comedy-Theorien, ihnen zu flüchten, warum es jetzt nicht funktioniert hat. Und könnte das dann nicht akzeptieren, dass sie vielleicht noch zu wenig, es liegt einfach da rein, es sind einfach zu wenig Übung und man braucht eine gewisse, ja, also wie gesagt, es hat auch Millionen von Punk-Bands gegeben, wie viele sind heute noch bekannt? Eine Handvoll, oder? Ja. Und das sind dann wirklich die, die es einfach getroffen hatten, von Ausstrahlung, von Timing auch, vom richtigen Riff zur richtigen Zeit, auch wenn es ein komplett einfaches Riff war. Ja, ich weiss noch, wo ich angefangen habe mit Stand-Up, hätte ich als logischer Schritt, weil ich einfach gewusst habe, ich möchte auf die Bühne und ich möchte etwas machen, hätte ich eigentlich Slam Poetry machen müssen. Weil das ist denen der Shit gewesen. Und das ist das, wo die Leute gesehen haben, es gibt so viele Slams und es gibt extrem viele Bühnen. Wenn du etwas auf der Bühne machen willst und in irgendeiner Art weiss die Leute unterhalten, dann mach Slam Poetry. Und ich habe halt immer schon einen Stand-Up-Kopf gesehen und gesagt, ich will das machen. Und jetzt ist es eigentlich genauso umgekehrt. Du musst es nicht lesen, oder? Das ist das grosse Problem. Die haben ja alle Zettel in der Hand. Und jetzt ist es genauso umgekehrt. Stand-Up ist auch möglich. Hier eine offene Bühne. Das ist möglich. Und darum machen es alle. Und mit zum Beispiel diesem Podcast und dem geilen Prospekt und so, bin ich für mich extrem froh. Und das ist nicht nur eigengesteuert, muss ich ganz ehrlich sein, sondern auch ein bisschen fremdgesteuert gesehen, dass es nicht die Möglichkeit gegeben hat, wo ich angefangen habe, sich schon mega nach Hause zu zeigen. Sondern lieber in aller Ruhe. Schau, habe ich ein paar Leute in Basel gehabt, die mein erstes Programm sind schon zu schauen. Aber hauptsächlich... Das wundern wir aber, dass alle gerade so auf das anlegen. Dass gerade alle einen Podcast machen und das in die ganze Welt raus. wundern... Weisst du, wenn 20 Leute dich scheissen... Wenn 20 Leute dich scheissen finden... Wenn 20 Leute dich scheissen finden... Easy. Ist ja völlig wurscht. Wenn du das aber schon ins Netz raus streamst und keine Ahnung was... und das dann schon mal 2000 Leute in deiner Stadt gehören, dass du einfach noch nicht so weit bist... wird schwierig. Aber komm, was weiss ich... Ja, aber ich verwünsche mich ja selber immer, weil gerade Comedy ein Beruf ist, wo halt... fast jeder und jede mit der Zeit besser wird. Es gibt ein paar ganz wenige Ausnahmen, die einfach immer gleich bleiben. Aber grundsätzlich wird man einfach besser aufgrund der Erfahrung, aufgrund der Zeit, die man auf der Bühne verbracht hat. Und ich ertappe mich selber immer wieder, wenn ich von jemandem finde, die Person ist nicht so gut. Der ist nicht so gut. Und dann ist aber ein Jahr vergangen und man sagt, ah doch, es ist wahnsinnig viel passiert. Wo... Wo ich ja schon selber... Es fallen ja viel wieder weg. Ja. Also viele machen ja Prospekt und Website und Podcast und dann ist es vielleicht ein halbes Jahr lang machen sie das und dann passiert halt nichts weiter und dann lassen sie es fallen. Das hat mich vor einem Jahr ein bisschen kaputt gemacht, wo ich auf einmal so... die kleine Erkenntnis hatte, dass von der Gang, die angefangen hat mit mir damals, da ist ein Büssi dabei, da ist ein Charlie dabei, da sind aber auch ganz viele andere dabei gesehen, dass ich so merke, ah shit, die sind... die sind nicht mehr da. Aber bis du mal in der Realisation hast, das hat mich recht kaputt gemacht. Damals hast du das familiäre Gefühl von wegen wir machen das jetzt und wir werden alle irgendwann 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 sein und werden es schaffen. Also auch weil eine Goldgräberstimmung da ist, auch bei den Veranstaltern und auch bei den Agenturen. Und da kann ich auch wieder die Punk-Bewegung nehmen, wo auch alle grossen Labels haben, wir müssen jetzt eine Punk-Band haben, wir brauchen jetzt das andere durch. Aber sie haben dann 15 genommen und 14 haben sie nach einem Jahr wieder rausgeschmissen. Oder sie haben alle einen Single machen lassen, ganz schnell einen Single rausgehauen und bei 15 ist das nichts gewesen und eine hat halt so einen Single gemacht. Oder zwei haben dann so einen Single gemacht, der so rein gehauen hat. Und dann ist aber auch von einem von diesen zwei wo ist dann auch keine Platte mehr nachgekommen. Es ist eine Platte nachgekommen, wo eben nicht mehr so eine Single drauf gewesen ist. Und so habe ich das Gefühl, dass viele Agenturen sich jetzt schon so die Fühle ausschreckend und du hörst überall Stand-Up-Stand-Up, also auch beim Schweizer Fernsehen, wo er das ganz genau beobachtet, was da passiert und da schaut niemand, wer ist der nächste Grossgabarettist. Oder Gabarettistin, sondern Stand-Up ist jetzt das Ding. Da sieht man auch, was sie jetzt für Programme raushauen, auch mit Lisa Christ, mit dieser Talent-Stage, wo ja wirklich klassisch Stand-Up eigentlich ist. Und ja, und so kommt jeder auch mal zu seinen 5 Minuten. Also ich habe das Gefühl, wenn du heute ambitioniert bist, Stand-Up willst du machen, schaffst du es irgendwo ins Fernsehen. Ja, definitiv. Also völlig einfach. Aber dann etwas daraus zu machen, auch wenn die 5 Minuten toll waren, dann noch weiter zu kommen, das wird eine harte Arbeit. Weil das weisst du selber, bis man dann wirklich ins Theater kommt und sagt, hey, komm bitte zu uns eineinhalb Stunden reden auf der Bühne und die Leute zahlen 30 Franken. Das ist nochmal etwas ganz anderes, als wenn es heisst, hey, kommst du ein Bier über Spritgeld und machst 10 Minuten auf der Bühne mit 8 anderen Leuten. Das gibt es ja, aber man will ja so über einen Step auskommen. Eigentlich schon. Eigentlich schon. Aber aus dem Grund bin ich dem damaligen Jacobo-Müller-Produzenten, Peter Irniger, so dankbar gewesen. Und du hast eben auch etwas damit zu tun, dass ich den Victor schon ein bisschen kennt, ich habe den Mike schon ein bisschen kennt und als ich angefangen habe, Stand-up zu machen, hatte ich das Gefühl, jetzt habe ich meine Berechtigung, bei Jacobo-Müller aufzutreten. Und jetzt mache ich ja Stand-up. Und dann habe ich mit Victor mal geschwärzt, mit Mike mal geschwärzt, der Mike hat sogar Videos von mir geschaut und hat mir eine riesen Mail mit Feedback zurückgeschrieben, wo er gesagt hat, schau mal hier, man spürt die Pointe zu früh. Und ich dachte auch so ein bisschen, was aber, er checkt doch, dass wenn ich das kürzer mache, dass das dann passt und so. Und dann habe ich nachträglich erfahren, dass Peter Irniger mich, glaube ich, dreimal oder so live gesehen hat. Und immer das Gefühl hatte, noch nicht ganz, noch nicht ganz. Und dann habe ich irgendwann mit dir noch geschwärzt und gesagt, jetzt ist er langsam dort. Und dann habe ich die Anfrage bekommen, bei Jacobo-Müller aufzutreten. Am Tag hat er mir gesagt, alle wollen bei uns auftreten, weil sie wissen, das hat dann die Halbschweiz gesehen und dann geht es ab. Was sich die Leute nie bewusst sind, ist, dass wenn das kein guter Auftritt ist, er hat das auch die Halbschweiz gesehen. Und das ist mir so geblieben und hat meine ganze Karrieregestaltung sozusagen umgemodelt, dass ich von, es ist nie zu spät für etwas, es ist, wenn überhaupt ist es zu früh. das kann ich zu früh sein. Aber eben, bei vielen hat es geklappt, bei einigen nicht, aber das ist auch etwas, ich bekomme so viele Anfragen, die bei mir auftreten wollen, die mir Videos schicken und so weiter sagen. Jetzt haben wir mittlerweile in Comedy Clubs, für Comedy im Balz, kriege ich Bewerbung aus Deutschland vor, zum Teil einen guten Namen, die sagen, ich bin da auftreten. Und dann ist ja cool, die sehen das 100 Leute, aber wir haben halt wirklich schon schlechte Erfahrungen gemacht, oder nicht mehr, sondern Künstler, die bei uns auftreten sind, die irgendwie einen schlechten Auftritt hingelegt haben, oder irgendwie kein ahniges Blackout gehabt haben, und sind dann wirklich nicht zufrieden mit dem Auftritt, zum Teil auch wollten, dass wir es nicht ausstrahlen, den Auftritt, und wir sagten, hey, auch wir haben unsere Zeit geplant, da fehlen uns vier Minuten, das wärst du eigentlich so ein wenig wegschneiden, dass es nicht ganz so schlimm wird, und dann müssen wir es aber ausstrahlen. Haben wir schon mal Lacher darüber? Nein, wir tun keinen Lacher darüber, wir tun sie höchstens verstärken. Ja, weil bei uns, bei unserem Ding, wo so wenige Leute drin sitzen, und es ist ja nicht ein Studio, würde das recht strange tönen, wenn man dort Lacher darüber machen würde. So ein 500er Saal Lacher. Vielleicht, vielleicht bin ich auch dort gar nicht dabei, vielleicht machen sie auch immer Lachen darüber. Und, äh, weil ich selber, wenn ich immer blind flog, wenn ich da mit den Leuten das mache, ich kann nachher selten sagen, ist jetzt der Gag mega gut angekommen, oder so, oder wie ist es, ja, ich habe nur das Grundgefühl von mir, habe ich mich wohlgefühlt oder nicht, und ich gehe davon aus, wenn ich mich wohlfühle, dass sich die Leute auch wohlfühlen. Es reicht ja zum Teil, wenn gerade bei dir vorne drei nicht unbedingt Lachen, aber hinter... Ja, die sieht man auch immer. Das ist der viel schlimmer. Das ist der viel schlimmer. Aber hinter links... Die vordersten Reihen sieht man. Und da haben wir schon so viele Leute falsch platziert. Man platziert ja im Fernsehen tatsächlich Leute, oder? Ja. Dass da irgendwie, man sieht immer den Shot von mir und links und rechts sitzt ein Herr und eine Dame, die als wäre es tot. So. Und da kannst du nichts mehr machen, oder? Ja. Das ist wirklich... Das wird dann hart. Aber ja. Die gehen Mitte November? Genau. Wieder auf Sendung? Ich glaube, 17. November ist der Tag. Und mit ein paar Änderungen? Richtig. Wir ändern... Also das Grundkonzept bleibt gleich, da bin ich. Du hast den KRB als Sidekick an der Seite, einen Künstler, der auftritt. Die grösste Änderung ist sie, dass wir ein komplettes Make-Over machen. Das haben wir uns jetzt wirklich gegönnt. Wir haben gesagt, jetzt nach 60 Sendungen und drei Jahren, wo wir wirklich mit dem... quasi mit dem Piloten... mit den ersten Entwürfen in die Sendungen sind, auch mit den Logos und so weiter, gönnen wir uns ein komplettes Make-Over. Also keine Ananas mehr? Ananas kommt noch vor, aber in anderer Form. Okay. Also sie hat es wieder reingeschafft. Aber wir gönnen natürlich auch einen neuen Ort. Das ist mein Mascot. Wir haben alles so, dass ein wenig das düstere, dunkle, plüschige, goldige, was wir am Anfang haben wollten. Wirklich. Art-Deko-Styling. Das haben wir jetzt alles ausgewechselt gegen etwas Frisches. Das ist ein wenig heller. Wir sind auch mit einem anderen Ort, um aufzuzeichnen. In Seal City im Folium. Also wenn man Lust hat, kann man auch vorbeikommen. Samstagabend wird aufzuzeichnet. Wir haben viel mehr Platz für die Leute. Das war sehr unbequem. Im Mascot Leiden für die Leute. Das haben wir zu spüren nicht bekommen. Wir haben einfach eine neue Bühne. Das wird eine komplett neue Herausforderung für uns. Wir haben nächste Woche das erste Mal so einen Test-Tag, wo mal das Pult von mir da steht, das neue und die neuen Elemente usw. und wo ich mich dann dort drinnen so etwas umbewegen möchte und mir mal so einen Tag lang ein wenig Aufnahmen machen möchte. Also es wird ganz etwas Neues sein. Hast du für das Make-Over ein X-Erlaubnis einholen beim Sender? Ja. Die wollen dann schon genau wissen, was da in Primetime über den Sender läuft. Ja, zum Teil ist es ganz einfach gegangen. Zum Teil ist es anstrengend und mühsam gewesen. Da haben wir natürlich verschiedene Meinungen und so weiter. Es gibt dann auch feines Richtlinien. Wir haben vor vier Jahren angefangen, da gab es eine ganz andere Richtlinie als jetzt, in Sachen Schriftzeuge oder Symbol oder was auch immer was kommt, oder bewegte Bilder, Animationen usw. wird ganz etwas fresh, wird etwas, ich freue mich sehr darauf, verspreche mir sehr viel mit einem Top-Gast natürlich mit dem Jan Böhmermann, der als Gast kommt. Ich wollte gerade fragen, ob man das schon kommunizieren darf. Genau, das kann man kommunizieren, der kommt. und das ist natürlich eher ein falsches Wort. Aber man muss wissen, gehen mal schauen, wie viele Interviews es mit dem Jan Böhmermann gibt oder einfach wie oft er im Fernsehen auftritt, ausserhalb seiner Show. Und wenn, dann gibt es immer einen Skandal. Ja. Also das kann man einer Hand abzählen. Und ich habe ihn jetzt ein bisschen kennengelernt in den Jahren. Er spielt jetzt ein Buddy mittlerweile, oder? Ich weiss nicht, ob Jan Böhmermann Buddys hat. Wirklich? Er ist ein sehr... Nein, wir sind keine Buddys. Karriere, aber auch sehr... Wir haben einen ähnlichen Job und wir haben uns jetzt ein paar Mal schon getroffen. Wir haben schon zusammen geschaffen. Geschäftskollegen. Geschäftskollegen. Wir sind ihn mal besuchen. Mal ein paar Tage lang. Und ich habe ihn bei seiner Live-Show, die er gemacht hat, hier in Uerlicker, wo er mit seinem Ehrenfeldorchester, Tanzorchester Ehrenfeld aufgetreten ist, oder die Tour gehabt, habe ich ein, zwei Lieder mit ihm zusammengesungen. Er hat mich eingeladen. Und ich war auch bei ihm in der Show vor einem Jahr. Mit meinem Buch. Und jetzt ist so gegen... Also Badys ist wirklich übertrieben. Ich glaube nie, dass ich mit Jan Böhmermann wieder mal ein Wochenende in den Bergen verbringe. Litteln und Glühwein trinken. Und... Last Christmas. Aber wer weiss, vielleicht noch wieder schon. Aber bei ihm hast du eh nicht das Gefühl, dass er das jemals macht? Nein. Er ist wirklich ein spezieller Typ mit einem ganz krassen Arbeitsethos, der sogar deinen Arbeitsethos noch übertrifft. 100%ig. Also selten so einen professionellen, fokussierten, krassen, jungen Dude erlebt. Und der ist ja auch zehn Jahre jünger. Der steht um sechs im Morgen auf, nachdem er drei Stunden an irgendwie der Fies aufgehängt gepennt hat. Ja und hat ja zwei Kinder. Das finde ich ganz spannend. Dürfen wir das sagen? Ja ja. Ah nein, zwei Kinder hat er schon mal öffentlich erwärmt. Ja ja. Die sind im gleichen Alter wie meine und der handelt das. Also ich weiss nicht, wie der das handelt, wie der das macht. Aber ich freue mich sehr natürlich, weil das ist schon ein Ritterschlag, wenn er kommt, weil er überlegt sich sehr genau, wo er auftritt und wo er kommt. Und Lisa Eckert kommt auch von Österreich, wo ich auch sehr gewaltig finde. Also ich habe jetzt auch die erste, jetzt so im letzten halben Jahr ein bisschen entdeckt für mich. Und finde, also die muss man können. Alle reden Heiselbrücken, Heidelbrücken und Heidelbrücken alle eher. Da darf man nichts sagen. Das ist die Heilung natürlich von den Bühnenbrettern. Aber Lisa Eckert ist nochmal eine Stufe anders, würde ich sagen. Also so etwas habe ich noch nie gesehen, dass jemand so eine Figur auf der Bühne ist und was die erzählt und so weiter. Cool. Da kann man sich freuen, glaube ich. Sehr schön. Ich glaube, das ist auch ein guter Schluss. Wolltest du noch Werbung machen für irgendetwas? Wie sieht es mit der Tour aus? Ich bin auf Tour. Kommt gerne vorbei. Gibt es noch zum Schluss? Gibt es noch andere Ambitionen? Was ist jetzt? Du bist Radio. Wir sehen uns ja übrigens im Radio wieder. Ein paar Wochen. Ja. Bald, bald, bald. In ein paar Tagen. Schon, gell? Ja. Die zweite oder so. Du, Stand-up. Gibt es andere Felder, wo du dich hineinbewegen willst? Du hast auch schon vieles Ausprobieren. Ja. Stand-up ist für mich immer schon die Erfüllung gewesen. Ein Buch schreiben vielleicht? Schwierig. Schwierig. Es ist nicht so schwierig. Es ist einfach mühsam. Aber schwierig ist es nicht. Ja. Ich habe immer so das Gefühl, was ich in ein Buch packen würde, das kann ich genauso gut auf die Bühne tun. Weil, zum Beispiel beim Steve Martin habe ich jetzt sein Buch spannend gefunden, weil er erklärt hat, wie er diese extreme Bühnefigur kreiert hat. Aber das ist das Extremste vom Stand-up gesehen, wo ich dann eben schon mit Sachen von dir vergleiche. Wenn der mit 300 Leuten in einem McDonalds ist. Die Zuschauer, so kommen alle raus in einem McDonalds. Und dann gesagt hat, 300 mal das Menü. Ah nein, doch noch ein Cheeseburger. Und dann ist er wieder gegangen. Das waren dann so Performance-Sachen, die er sich über Jahre erarbeitet hat. Und dann finde ich es spannend, natürlich ein Buch über das zu lesen. Hingegen denke ich immer so, die Geschichten, die ich erzählen möchte und kann erzählen, die kann ich auf der Bühne erzählen. Und stimmt, du kannst auch nicht schreiben. Genau. Nein. Was mich irgendwann mal interessieren, wäre etwas im Bereich Fiktion, aber dann nicht ein Buch, sondern entweder eine Fernsehserie oder... Ein Filmchen. Ein Filmchen. Eine Serie fände ich spannender. Weil du mehr mit verschiedenen Ebenen arbeiten kannst und Charaktere länger... Ja klar. Kannst begleiten. Also wirklich, du kannst zwei Folgen, jemand reinführen und danach lässt du Sachen passieren zu dieser Figur. Oder ein Theaterstück. Oder ein Theaterstück. Das... Ich habe mal ein Outline geschrieben für ein Theaterstück. Also... Also siehst du... Eine Hochzeitskomödie. Wenn du das noch willst... Oh! Wenn du das noch willst, und da schliesslich der Kreis vom heutigen Gespräch, wenn du das erreichen willst... Kind. Wie sieht es sich mit der Familienplanung? Erzähl mal! Äh... Keine Familienplanung. Wie alt bist du? Äh... Noch 31. Okay. Ja, da habe ich ja noch... Meine Kinder sind meine Solo-Programme. Und von denen produziere ich ja auch genug. Ahhhh... Ja. Und dann lasst sie... Nach einem Jahr, kannst du sie einschläfern? Genau. Also wenn man so... Nein, nein. Ich lege sie einfach gemütlich ins Bett. Und lasst sie dann da hinvegetieren quasi. Das Material existiert ja noch. Das ist das Schöne. Was ist denn genau noch... Das würde mich interessieren, wenn du nach einem Jahr... Und du machst es wirklich straight. Also du hast jetzt auch diese Tour. Ich glaube, das ist jetzt die erste Tour, die es wirklich mega straight ist. Und wo du wirklich sagst, es gibt keine Derniere wieder in Basel und es wird nicht wieder nochmal Aufnahmen. Also doch, in Basel Derniere gibt es. Aber auf die eine Vorstellung. Aber es wird nicht nochmal... Aber du hast... Der Plan... Der Tourplan ist voll. Genau. So wie wir kommuniziert haben, so spielen wir und dann ist er vorbei. Und dann... Was passiert mit dem Material? Ach nein, du... Jetzt weiss ich... Du zeichnest das auf und stellst es auf YouTube. Das ist dein Ding. Bei dem jetzt weiss ich noch nicht, ob ich das auch machen werde. Weil eben in diesem Jahresrhythmus bin ich jetzt auch neu. Aber... Das Material ist ja nicht verloren. Im Sinne von... Wenn ich... Wenn ich... Bei einer Mixed Show... Bock habe... packe ich mal... den oder der Gag wieder aus. Wenn ich... für eine von diesen tollen Firmen gebucht werde... Dann spiele ich... Best of... Das ist zu viel gesagt. Aber wir haben auch mittlerweile... Aufträge drin, wo ich öffentlich spiele. Und dann gibt es eine Show, die heisst das Beste aus 32 Jahren. Die kommt jetzt dann auch? Die mache ich im Zelt Zürich. Und dort ist es dann eben schön... Im grossen oder im kleinen? Ja, im kleinen nicht mehr. Okay. Das... Dort dann wirklich kannst du sagen... Geil! Aus dem Programm Nummer 2, nehmen wir die 5 Minuten. Und aus dem Programm Nummer 3, nehmen wir das. Und das macht Spass. Weil... Andere... treten so... 20 Jahre auf. Und haben auch für ihre... 90 Minuten, wo da mal etwas bezahlt wird, da mal etwas bezahlt wird. Und ich finde es... Ich finde es geil, dass ich sagen kann... Das alles habe ich. Was mache ich heute? Und die Leute vergessen dich auch schnell, gell? Das kommt noch dazu. Da bin ich erstaunt, wenn ich zum Teil Kollegen sehe, das Zeug spielen, wo sie seit 6 Jahren spielen. Zum Teil an ihrem Heimatort. Und die Leute gehen ab als... Wahrscheinlich ist es auch das erste Mal, wo sie es hören. Ja. Oder wieder das erste Mal. Ja. Ja. Ich habe halt für mich... mehr entdeckt, dass ich will... diesem sehr kleinen... aus Gewaltenkreis, wo mir kommt, gehen gehen, dass ich denen immer etwas Neues bieten will. Und... mit denen durch das eine stärkere Verbindung haben, als ich gehe dann einmal schauen und dann habe ich das abgehökelt für immer und ewig. Okay. Das ist so ein bisschen die Idee. Ja, das klingt vernünftig und sehr ambitioniert, aber so bist ja du schon immer gewesen. Das ist auch gut. Mit 31 ist er so ambitioniert. Fantastisch. Aber bei dir funktioniert es ja auch. Vielen herzlichen Dank. Ich schätze dich sehr als Mensch, als Kollege, als Bühne- und Fernsehkünstler. Und... Schön hast du Kinder gekriegt, weil sonst... Sonst wären wir nicht da. Ich bin überzeugt, sonst wären wir auf der Tischsitz. Danke Dominik. Bitte, bitte, bitte. Ja. So. So. Herrlich. Das ist doch schön. Wie bist du noch?